Popcorn gemacht? Das hier wird kein Kinofilm, ne? Ja, aber gut. Wer Popcorn essen will, muss Popcorn essen. So, ich will zwei Dinge vorab sagen. Erstens, ich müsste mir verzeihen, wenn ich hier so ein bisschen komisch sitze, aber ich erkläre das auch gleich. Ich bin ja angeschlagen, kaputt. Wie hat meine Hausärztin so schön gesagt? Ich bin gesund, aber kaputt. Das erkläre ich gleich. Das heißt, ich werde ab und zu mal so ein bisschen hier so hin und her, weil ich muss unterm Tisch den Fuß hochlegen und so eine ganz blöde Geschichte. Da steht auch meine Krücke. Ne, da, Krücke. Also, das ist so das eine. Das andere ist, für diejenigen, die ein bisschen, oder anders. Wir sind in der Vergangenheit ja immer wieder gefragt worden, wie kann man euch unterstützen. Und es gibt ja tausend Möglichkeiten, Patreon, YouTube-Mitglieder und so weiter und so fort. Aber wir haben uns ja überlegt, und das haben wir beim letzten Stream schon angefangen, dass wir euch noch andere Möglichkeiten geben wollen, uns zu unterstützen, wenn ihr das Ding gerne möchtet. Ich freue mich da natürlich drüber. So, das heißt, wir streamen jetzt parallel auch auf Twitch. Das ist erst mal für alle anderen, die bei YouTube zugucken wollen, völlig egal, weil das läuft zeitgleich, aber wer halt einen Twitch-Account hat, der kann sehr gerne bei Twitch zugucken. Wir müssen da so eine gewisse Zuschauergeschichte über eine gewisse Zeit erreichen und so. Dann werden wir da irgendwann freigeschaltet, weil dann kann man nämlich bei Twitch Folgendes machen. Man kann mit seinem Amazon-Account quasi so ein Abo dalassen. Ihr bezahlt da nicht mehr, wenn ihr Amazon Prime habt, aber ich kriege halt ein paar Cent davon. So, irgendwie funktioniert das, keine Ahnung. Habt noch nicht genau nachgeguckt. Das heißt, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch super gerne bei Twitch zugucken. Ich sehe beide Chats. Wir haben das alles so eingerichtet, dass das funktioniert. Und dann haben wir noch mal eine Möglichkeit mehr, dass die Leute sagen können oder dass ihr sagen könnt, hey, ich will dich unterstützen. Ich habe eh ein Amazon-Prime-Konto. Dann lasse ich euch bei Twitch dieses Abo da und dann kriegen wir da halt ein paar Cent von. So, das war das. Grüße von Donner, freut sich auf die Huter. Oh, ja, ich würde auch super gerne wieder in die Huter kommen. Aber das ist, ja, wir kommen mal zu dem Allerersten. Elisabeth ist auf YouTube beigetreten. Willkommen. Wir kommen mal zum Allerersten. Bevor wir gleich anfangen mit euren Fragen. Also Marie hat Fragen gesammelt oder sammelt Fragen jetzt parallel. Wenn ich das aber so richtig sehe, ist noch gar nicht so viel reingekommen. Also noch hat keiner Fragen gestellt. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr ab jetzt eure Fragen loswerden und stellen. Wer seine Fragen im Discord stellen will, kann das nachher natürlich auch machen. Marie sammelt das. Wir haben eine Frage auf jeden Fall gesammelt oder zwei schon aus dem Discord, die wir beantworten werden. Eine Frage, die wir vorab beantworten wollen, bevor wir auf die Hundethematiken kommen, falls es Hundethematiken gibt oder andere Thematiken gibt, ist eine Frage, die ich in der letzten Zeit oder die ich nach meiner Story jetzt letztens erst bekommen habe, mehrfach. Was ist los? Warum humpelst du? Warum hast du Krücken? So. Und jetzt erkläre ich euch auch, was in der letzten Zeit bei uns los war. Es war nämlich ziemlich spannend. Es ist ziemlich viel passiert. Und das ist auch der Grund, warum es keine Videos gab. Also, wie geht es dir, Dirk? Das ist gerade genau die Frage, über die wir sprechen wollen. Genau. Also, es ist folgendes. Ich muss ein bisschen ausholen, sonst versteht man das Gesamtkonzept nicht. Vor ein paar Jahren habe ich mich irgendwann mal verletzt bei, beim Sport, beim Taekwondo. Habe ich mir den Meniskus kaputt gemacht. Passiert. So, erstmal nichts Schlimmes. Das musste dann irgendwann operiert werden, weil das wurde nicht besser. Und aus dieser Operation wurden dann zwei Operationen, weil beim ersten Mal ist es kacke gelaufen. Und dann hat sich das, ist auch egal. Aber das ist die Vorgeschichte dazu, weil ich habe beides Mal bei dieser Operation ein Medikament bekommen, das dafür bekannt ist, oder das unter dem starken Verdacht steht, bei Männern ab einem gewissen Alter die Achillessehne zu zerstören, anzugreifen, zu entzünden, all solche Geschichten. Und genau das ist bei mir passiert. Ziprofloxazin heißt das. Und das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann eine Achillessehnenentzündung hatte. Dann habe ich halt gedacht, okay, das ist nur eine Kleinigkeit und geht wieder weg und ein bisschen schonen und tralala und ging halt nicht weg. Wir haben tausend Sachen probiert mit Keileinlagen und ich bin zu so einer komischen Therapie gefahren, wo die mich mit irgendwelchen Strahlen beschossen haben und also ganz viel Käse versucht. Und dann sollte ich eigentlich schon diesen Sommer operiert werden. Dann ist aber der Arzt, der mich operieren wollte, leider Gottes in einen Unfall gekommen. Da konnte er mich nicht operieren, weil er krank war. Und jetzt ging es auf einmal relativ schnell. Eigentlich wollte ich ja, oder hatte ich ja angekündigt, dieses Jahr mehr Videos zu machen. Und das haben wir auch eine ganze Zeit lang gemacht. Bis dann der Arzt angerufen hat und gesagt hat, hey, ich bin wieder fit. Ich kann dich nächste oder übernächste Woche operieren. Und da habe ich gesagt, okay, muss ich viel nachdenken. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hat mich ganz schön gestresst. Und ich bin dann vor einigen Wochen zur OP gegangen und bin dann da operiert worden. Und jetzt wollte ich danach dann auch wieder weiter mit Videos machen. Das ging im Prinzip auch, aber dann auch irgendwann wieder nicht. Weil ihr seht das vielleicht hier. Ich versuche das mal in die Kamera zu halten. Kriegt die Kamera das scharf? Nee, kriegt sie nicht scharf. Doch, ihr seht das hier so ein bisschen noch. Meine aufgeschnittenen Finger. Also die erste Woche habe ich eigentlich nur flach gelegen, nur Schmerzmittel. Ich habe gar nichts mehr gelegen. Ich habe nur geschlafen. Da hatte ich richtig viele schlimme Schmerzen. Dann wurde es eine Woche besser und die Schmerzen waren nicht mehr so schlimm und ich konnte schon viel machen. Und in der gesamten Zeit, also Operation und Nachbereitung und 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 Genesung und ich habe hier so einen komischen ich zeige euch das mal anstatt einem Gips habe ich so einen so einen Plastikschuh, den kann man einstellen und dann muss ich damit so rumrennen und so. Ich kann halt damit nichts machen. Ich kann mit dem Kleinen nicht rumrennen. Ich kann den nicht hochrennen. Ich kann den nirgendwo hinbringen. In dieser gesamten Zeit hat halt Christine quasi alles mit den beiden Kindern gemacht. Das heißt, was Christine da so geleistet hat oder jetzt immer noch leistet im Moment ist extrem. Die hat super, super, super viel sich um die Kids gekümmert. Ich habe ihr versucht, die abzunehmen, wie ich konnte. Und dann sind halt noch so ein paar andere Sachen passiert und hat die hat der Kleine mit dem Schlüssel gespielt und Christine aus dem Auto ausgesperrt und dann waren die mitten in der Stadt nachts um weiß ich nicht 18 Uhr bei minus 4 Grad vor zwei Wochen im Auto eingesperrt. Ich war aber nicht zu Hause, hatte meinen Schlüssel lange Rede, kurzer Sinn. Ich musste dann da hinfahren, habe die Scheibe einschlagen müssen und so weiter und so fort. Genau. Dann haben wir ein kaputtes Auto gehabt. Also ich kürze das mal ab. Ich hatte eine super stressige Zeit und aufgrund der Operation und vielen anderen Dingen, die dazugekommen sind, bin ich nicht dazugekommen, Videos zu machen. Dann kamen noch ein paar Gerichtstermine dazu oder ein Gerichtstermin vor allem mit dieser Eingeschichte mit den Kursen und so weiter und so fort. Und da geht es jetzt auch so langsam ans Eingemachte, sodass ich keine Videos machen konnte. Die Kehrseite der Medaille ist jetzt aber folgendes. Die Christine ist jetzt mit den beiden Kids zu ihrer Family über Weihnachten gefahren und ich bin hier geblieben, weil ich muss mich halt schonen. Ich kann nicht lange, ich muss immer das Bein hochlegen, fünf Stunden Autofahren ist nicht drin und so und ich bin jetzt also über Weihnachten alleine. Das heißt, ihr seid meine Vorweihnachtsbeschäftigung bis zum Weihnachtstag. Deshalb streamen wir jetzt auch vier Tage und nach Weihnachten werde ich da wieder Videos machen. Ich habe alles wieder hinten aufgebaut und im Moment geht es mir gut genug, als ich wieder Videos machen kann. Also das ganz kurz vorab. Mich kitzelt es irgendwie in der Nase. Ganz kurz vorab zu dem, wie geht es dir? Also psychisch geht es mir gut, aber mein Körper ist ja kaputt. Ja, egal. Das dauert jetzt ein bisschen. Es lief eigentlich echt gut. Ich bin schon viel rumgelaufen. Dann hat sich das wieder ganz schlimm entzündet und ich hatte richtig schlimme Schmerzen und der Arzt hat gesagt, ich werde zwei Wochen gar nichts machen, also wirklich gar nichts machen, nur Fuß hochlegen, rumsitzen, rumliegen, nichts. Und naja. Ja. Das hat so meinen Zeitplan ein bisschen durcheinander gebracht. So viel zu der Frage, wie geht es dir? Muss mir mal eben ganz kurz... Wartet mal. Ich mache mal was Gemeines. Achtung. So, bin wieder da. Sorry. Aber mich kitzelst du die ganze Zeit. Naja. So. Ich lese ein paar Namen im Chat, die ich echt schon lange nicht mehr gelesen habe. Freut mich. Kenne ich. Viele Namen kenne ich. Finde ich richtig, richtig gut. Finde ich richtig gut. Ich sage euch jetzt mal nicht allen Hallo. Jetzt kommen auch langsam Fragen rein. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Die Marie ist wieder total fleißig am Sammeln. Und ich muss jetzt gucken, wie kann ich die denn hier wieder verstecken? So, zack. Oh, 20 Leute sogar, die auf Twitch zugucken. Voll geil. Ich brauche irgendwie auch 100 Follower insgesamt bei Twitch. Also wer gerade da auf Twitch ist, kann auch gerne bei Twitch auf Follower drücken. Ja. Okay. Komm, lass uns mal anfangen mit den Fragen. Ich muss mal ganz kurz. So. Wir schauen mal, was die Marie da so zusammengesammelt hat. So, die sind automatisch gemacht worden. So, wir fangen mal an. Nee, wir fangen als allererstes an mit einer Frage aus dem Discord. Das ist jetzt der Benefit, den die Discord-Community bekommt. Weil, da ist nämlich eine Frage reingekommen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich auf die richtige Szene gehe. Stream-Fragen heißt die Szene. Schwuppi-Buppi. Da bin ich. Ha. Das ist sogar die Frage. Sehr gut. Also, die Frage lautet wie folgt. Also, noch mal ganz kurz für alle, die nicht wissen, wie das mit unserem Discord funktioniert. Ihr könnt uns ja freiwillig unterstützen. Jeder, wie er mag. Von einfach nur abonnieren, bis liken, teilen, uns schön Kommentare schreiben, bis hin zu freiwillig in Anführungsstrichen monatlich was spenden. Über verschiedene Kanäle könnt ihr machen, was ihr möchtet. Und da gibt es hauptsächlich zwei Kanäle im Moment. Es gibt Patreon, wo wir sind. Den Link findet ihr fast unter jedem Video. Und es gibt YouTube. Und da könnt ihr jeweils Mitglied werden. Ab einem Euro hoch bis so viel, wie ihr wollt. Und dann bekommt ihr Zugang zu Posts, die nur für eine interne Community sind, zu unseren Events. Und vor allem Zugang zu unserem Discord. Discord ist so eine Art Forum, wo man miteinander reden kann, Videos schicken kann. Ja. Sowas in der Richtung. Und die Leute, die uns halt unterstützen und Mitglied bei Discord sind, die behandle ich jetzt in Anführungsstrichen kurz ein bisschen bevorzugt. Weil das halt der Benefit, ne? Wir kommen mal zu der Frage von Jana, die sie vorhin im Discord gestellt hat. Jana fragt, ich würde mir ein paar Vorschläge für Loki Entertainment wünschen. George ist alt, aber im Herzen jung, jetzt schon lange krank und super gelangweilt. Das mit dem krank ist natürlich nicht so schön. Durch Kraken und Krause und wieder frisch operierten Ohren ist der Bewegungsradius klein. Und die Aufregung darf auch nicht zu groß sein, damit er nicht schüttelt und droppt. Ohren ist immer eine blöde Geschichte. Heilt meistens richtig schlecht, vor allem bei Schlappohren. Längere Gassigänge oder auch mal frei laufen geht aktuell kräftemäßig für ihn nicht. Außerdem versucht er sich dann, die Kopfbandagen abzustreifen. Wir haben, glaube ich, auch ein Bild von George. Das ist George. Das Bild passt jetzt nicht ganz in die Auflösung, aber das ist egal. George ist also ein deiner Sennenhund. Und hat ein Tuch über dem Kopf. Und die Frage von Jana ist, was kann sie da machen? Was gibt es so als Low-Key-Entertainment? Also Beschäftigungsangebote, die jetzt nicht zu viel Energie und Aufregung produzieren. Jana, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe auch mal Video dazu gemacht, was kann man machen mit seinem Hund, wenn man selber eingeschränkt ist. Das kann ich mal hier, wir haben irgendwo einen Banner dazu gemacht. Genau. Da findet ihr das auf YouTube. Da geht es darum, was mache ich, wenn ich als Mensch eingeschränkt bin. Ich hatte total viele Leute schon im Training mit Rollstuhl oder mit Gehbehinderung oder auch mit geistigen Behinderungen in verschiedenen Varianten zum Beispiel, die natürlich nicht alles genauso machen können, wie es gesunde Leute machen können. Trotzdem gibt es für die superschöne Möglichkeit, den Hund zu beschäftigen und auszulasten. Das Gleiche gilt auch, wenn der Hund nicht mehr so fit ist. Der Milan, der jetzt irgendwo da hinten rumliegt, ist jetzt 13. Das heißt, lange spazieren ist nicht mehr. Also ein bisschen schnüffeln und Leckerchen suchen und so, das ist für ihn schon vollkommen. Meiner Erfahrung nach sind die besten Möglichkeiten für alte und kranke Hunde oder gerade speziell für alte Hunde, die auszulasten. Es ist und bleibt immer noch die Nase. Egal wie schlecht die sehen, egal wie schlecht die hören, also Milan hat schon echt sehr trübe Augen und wenn ich den rufe, muss ich auch echt super laut brüllen, sodass bei den Nachbarn schon immer die Rollläden hochgehen. Egal wie schlecht diese Sinne sind, die Nase funktioniert immer noch gut. Das heißt, was du super gut machen kannst, sind Suchspiele in verschiedenen Varianten. Wenn dir das zu langweilig ist, im Wohnzimmer oder, weiß ich nicht, im Keller, dann kannst du das natürlich auch draußen machen. Jetzt ist das Wetter natürlich nicht mehr so gut. Wenn George, er ist jetzt ein Berner Sennhund, aber wenn er einigermaßen fit und agil ist und jetzt nicht so körperlich ungeschickt ist, könnte man auch über Leckerchenbäume nachdenken. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht, das findest du auch bei uns im YouTube-Kanal, wenn du einfach Leckerchenbaum eingibst. Da kann man ganz, ganz viel machen. Also da geht es dann wirklich um Klettern, um Balance-Geschichten, solche Sachen. Und da muss es nicht schnell sein. Da muss er sich nicht schütteln und robben und tralala. Das kann natürlich mit dem Kragen schwierig sein. Aber da findet man vielleicht entsprechend Baumstämme, wo er drüber oder drunter klettern kann, statt richtige Bäume. Und eine andere sehr, sehr gute Beschäftigungsart, das ist aber nicht in jeder Hundeschule oder ist schwer zu finden, weil es nicht viele Hundeschulen anbieten, ist Zielobjektsuche. Bei der Zielobjektsuche geht es darum, dass der Hund einen Gegenstand sucht. Das heißt, man bringt den zum Beispiel bei, wir haben immer so angefangen, diesen Stift zu suchen. Und diesen Stift muss er dann mit seiner Nase in einem Trümmerhaufen finden. Ich kann das jetzt nicht so einfach erklären, weil das ist echt sehr, sehr komplex. Und man muss da ganz genau gucken, wie man das aufbaut, dass sie da sauber verstehen, worum es geht. Aber ich kann dann halt später, wenn ich diesen Gegenstand habe, kann ich halt echt tausend Sachen machen. Jetzt meckert meine Kaffeemaschine gerade. Kann ich halt tausend Sachen machen. Ich kann den mit rausnehmen, kann den hinter jedem Holzhaufen verstecken. Ich kann das drinnen im Keller machen. Ich kann im Keller einfach mit einem kleinen Gerümpelfeld anfangen und mache das zu einem riesen Gerümpelfeld und so weiter und so fort. Also kann ich nur empfehlen, Zielobjektsuche oder Gegenstandssuche ist eine sehr, sehr, sehr schöne Sache. Man kann sich das, wer das vielleicht nicht unbedingt einschätzen kann, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Dummy-Suche. Wobei Dummy-Suche ja meistens im Freien und in der Natur ist. Und Zielobjektsuche kann ich halt wirklich in verschiedensten Varianten machen. Das ist eine echt coole Geschichte. Das ist super, super fokussierte Arbeit. Ganz ruhige Arbeit. Der Hund muss das Ding suchen, finden, sich hinlegen, anzeigen und so. Und das geht ausschließlich, ausschließlich auf den Kopf. Ich kann das auch schon so machen. Wir hatten eine sehr fortgeschrittene Gruppe später auch, dass die dann auch über Sachen drüber klettern müssen und so. Also super coole Sache. Ursprünglich im, also das Wort Zielobjektsuche, der Sport, der Name dieses Sportes ist geschützt. Das hat Ina Baumann entwickelt, zusammen mit ihrem Mann Thomas Baumann. Den kennt man vielleicht. Ein sehr, sehr namhafter Hundetrainer. Aber es gibt das in verschiedenen Abstufungen und Varianten in sehr, sehr vielen Hundeschulen. Also guckt mal, ob Zielobjektsuche oder Objektsuche, was für ihn sein kann. Das ist echt eine coole Geschichte. Und es gibt auch ein paar Online-Kurse, Online-Videos und Bücher, die einem so erklären, wie das funktioniert. Und im Zweifel, wenn das nicht funktioniert, dann gibt es sicherlich vielleicht in der Nähe, muss man halt vielleicht eine Stunde fahren, auch irgendwo einen Trainer. Zielobjektsuche, ganz, ganz coole Geschichte. Da wollte ich auch immer mal zeigen, wir hatten da, Gott, wie hieß sie denn? Wir hatten zwei Hunde, die waren richtig gut. Kalito war unfassbar gut. Kalitio war aber in allem einfach gut, was er sportlich gemacht hat. Und, oh, ich komm nicht drauf, ey. Manfred und Bella. Die Bella war, ey, ich hatte ein Zelt, das war vier Meter mal zwanzig Meter, so ein Partyzelt. Das war voller Gerümpel, dass die rein, hat die zwanzig, zwanzig Minuten ihren Stift gesucht und hat sich hingelegt, ne? Aber sowas von geil. Und die konnte dann auch schon fünf verschiedene Gegenstände unterscheiden. Das heißt, wir haben mehrere Sachen versteckt. ZOS, ja genau, Zielobjektsuche. Wir haben mehrere Sachen versteckt und dann statt dem Stift muss sie dann halt die Kappe suchen oder das Stück Leder oder, oder, oder. Das heißt, jedes Item hat einen eigenen Geruch und ich muss das auch differenzieren. Also es ist richtig schwer mit, man kann das auch so machen, dass die dann nach oben anzeigen müssen, weil die müssen eigentlich mit der Nase da dran. Ja, also die müssen hingehen und sagen, guck mal, hier liegt der Stift, dann muss ich so. Und dann dürfen die sich nicht bewegen und nicht vorher wieder gucken, wo die Leckerchen kommen, sondern die müssen da dranbleiben, bis die Leckerchen kommen und so. Also total geil. Ich habe das super, super, super gerne gemacht. Zielobjektsuche finde ich, ist eine richtig schöne Sache, super konzentrierte Sache und es ist etwas, das man zu Hause mit wenig Aufwand machen kann. Weil Grümpel haben wir alle. Ich brauche jetzt hier nur so machen, schmeiße alles in die Mitte, Stift da rein. Der Milan hat das auch total gerne gemacht. Und es hat vor allem keine Einstiegshörde. Du kannst es von ganz einfach machen hin bis zu, okay, die muss ich jetzt in den Gummireifen, in den Autoreifen reinlegen und unten drunter mit der Nase so. Total geil. Das verbindet übrigens die Geschichte, die ich gerade gesagt habe. Ich hatte am Anfang Rollstuhlfahrer, eine Rollstuhlfahrerin, die hatte einen auch hier elektrisch unterstützten Rollstuhl, also auch schon so guten Rollstuhl, nicht so komplett steuern, und die hatte mit dem Nick einen Chihuahua und die hat mit dem Nick Zielobjektsuche gemacht. Also das kannst du dann halt auch machen, wenn du eingeschränkt bist. Du musst halt nur dem Hund beibringen, dass er was suchen muss. Also total geile Sache. Kann ich nur empfehlen. Kommen wir zur nächsten Frage. Boah, 20 Leute, die auf Twitch zugucken. Krass. Wie gesagt, bei Twitch könnt ihr auch gerne abonnieren und wenn wir da freigeschaltet sind, können wir uns da auch unterstützen. Und schon über 200 Leute auf YouTube. Cool. Ich freu' mir. So, ich seh grad die Marie, die markiert so schnell Flagen. Ich muss schneller beantworten. So, André fragt. Woran erkennt man eine gute Huta? Oh, das ist super schwer. Dazu wollte ich immer mal ein Video machen, ein TGH-Video. Das kann die Marie mal auf unsere Themenliste schreiben. Es gibt so viele verschiedene Konzepte von Hutas, dass man das nicht so ganz, ja, nicht so ganz vereinheitlichen kann. Aber es gibt so ein paar grundlegende Tipps oder No-Gos zumindest, an denen man erkennt, finde ich nicht gut. Also, Punkt 1. Als allererstes sollten die Huta oder die Mitarbeiter sollten relativ transparent sein und relativ viel von ihren Hunden zeigen. Was ihr nicht erwarten könnt, dass ihr da einfach reingeht und euch das mal anguckt. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch bei uns nicht, weil das ein versicherungsrechtliches Ding ist. Weil wenn euch da was passiert, als Beispiel, ich lasse euch rein, der Kalle kommt um die Ecke, schubst dich um, du fällst hin, brichst dir die Hüfte, dann ist Kalles Besitzerin schuld daran. Weil die kann die Gefährdungshaftung versicherungsrechtlich nicht abtreten. Deshalb ist das ganz schwierig mit, ihr könnt da mal rein und gucken. Aber viele haben so Tag der Offentür oder so. Oder aber Videos, so wie wir das machen. Videos, Bilder, wenn ihr da auch einen Probetag macht, dass ihr viel Feedback kriegt, dass ihr einfach ein gutes Bauchgefühl habt, dass die offen und ehrlich damit umgehen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn die Router, ich sag mal, das kann ich jetzt auch wieder schwierig sagen. Ich will jetzt nichts politisch Falsches sagen. Aber wenn die Mitarbeiter fachlich versiert sind und auch bereit sind zu arbeiten, was ich damit meine ist, es gibt viele Hutas, du rufst an und sagst, ich habe einen unkastrierten Rüden, du kommst schon gar nicht rein. Oder aber du hast einen jungen Rüden, dann geht das noch und dann musst du mit einem Jahr kastrieren. Auch schon meiner Meinung nach keine gute Router. Oder aber die nehmen deinen Hund an und sagen dir dann irgendwann, nee, der ist total sexuell, das geht so nicht. Nach zwei Wochen oder so. Und du musst den Hund kastrieren. Das ist meiner Meinung nach immer ein Zeichen für es nicht so gut. Nur damit man das nicht falsch versteht. Das ist bei uns auch so, dass wir bei gewissen Hunden sagen, pass auf, es geht einfach so nicht. Wir können so nicht weitermachen. Wir haben im Moment zwei Fälle, mit denen wir sehr intensiv gesprochen haben. Den einen Fall, davon kennt ihr vielleicht aus Videos, ist die Kaya, die Dobermann-Hündin und der andere ist ein kleiner Rüde, der eigentlich total nett ist, der auch keinem was tut, aber der die Mädels total belästigt und stalkt, nachdem sein Chip ausgelaufen ist und die tatsächlich auch rammelt. Und das ist ja auch im Prinzip nicht so schlimm, weil wir bereit sind, mit diesen Hunden zu arbeiten. Und das machen wir mit ihnen jetzt schon seit zwei, drei Monaten. Aber es geht halt nicht voran. Und wir können nicht den ganzen Tag nur diesem Hund hinterherrennen und wenn wir mal nicht gucken, dann höckelt der wieder irgendein armes, kleines Mädchen, das nicht wehren kann. Oder aber der erwischt irgendwann mal den falschen und dann kriegt er von dem richtig eine runter und dann hast du da einen verletzten Hund oder so und ein Loch im Ohr oder was. Da kann ja alles passieren. Das heißt, auch bei uns gibt es so Fälle, wo wir sagen, nee, sorry, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen, weil die Konstellation so ist nicht gut. Bei Kaya ist es im Moment so, da kann ich dir vielleicht auch mal ein Update-Video zu machen, dass es da so ein bisschen rückläufig gegangen ist, was ihr Verhalten in der Hute angeht und dass viele Hunde einfach keine Lust mehr auf sie haben. Und dann stehen wir halt da und würden gerne diesem einen Hund helfen, wie zum Beispiel Kaya jetzt, aber zehn andere Hunde finden die einfach total zum Kotzen und kommen dann deshalb nicht mehr gerne raus oder so auf die Wiese. Da muss man schauen. Aber wenn du das Gefühl hast, dass da Leute arbeiten, die ein bisschen fachliversiert sind und Lust haben, was zu tun und sich Mühe geben, dann ist das auch immer ein guter Anhaltspunkt. Man kann das immer schlecht einschätzen, aber man kann schlecht einschätzen, wo es gute Mitarbeiter gibt, aber du merkst relativ schnell, wo es keine guten gibt. Wenn die einfach keine kastrierten Hunde annehmen oder sagen, ja, wenn der fünf Monate ist alt, es geht noch, aber du musst mit einem Jahr kastrieren. Weil dann geht es nicht um den Hund und um die Arbeit mit dem Hund und da was zu machen, sondern geht es einfach nur, wir möchten es einfach. Das finde ich meistens nicht gut. Ansonsten, ja, schau mal, ob es Tag der offenen Türe gibt. Frag im Internet nach Leuten, die da sind, die ihre Hunde da haben, die vielleicht dir eine Rückmeldung geben können, Feedback geben können. Lässt dir Beurteilung durch, Bewertung durch, viel mehr kann ich da nicht zu sagen. Aber wir machen mal ein Video darüber, welche drei, vier Punkte ich wichtig finde für eine Huta. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, eine große Gruppe ist wichtig oder eine kleine Gruppe oder nur so oder nur so. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Ich kenne eine Kollegin, die hat bei uns Praktikum gemacht. Die hat jetzt eine kleine Huta, in Anführungsstrichen, weil die nur sechs Hunde nimmt. Aber trotzdem, die macht das gut. Und die Hunde haben da ein riesengutes Leben. Also, ja. So, nächste Frage. Warum ist Donner gegenüber Dritten super lieb und warum ist sie bei uns zu Hause immer so frech und spielend schnappt? Spielend schnappt? Schnappt im Spielen. Wartet mal ganz kurz. Ja, ich muss mehr. Kunde, ich beantworte deine Frage sofort. Ja. Ah, da habe ich wieder. Da läuft der Milan. Ich weiß jetzt nicht. Ich hoffe, Donner ist jetzt die Donner, die ich denke, dass es ist. Die Kocker-Donner. Die ist bei uns in der Hundeschule und auch in der Huta. Eine kleine, total liebe. Also, wenn nicht, das ist vielleicht eine andere Donner, aber das gleiche, die gleiche Antwort wäre wahrscheinlich dann relevant. Also, Hunde sind Meister darin, uns zu beobachten. Die haben auch den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Also, wenn der Milan da hinten rumliegt und mich hier beobachtet, dann weiß der relativ schnell und ganz genau, was so, ja, was so Phase ist. Der hat ganz schnell seinen Vertrag mit mir raus. Das heißt, dass der sehr genau weiß, wann ich was ernst meine und wann nicht, wann er was er mit mir machen kann und was nicht und so langsam auch Grenzen austestet und Dinge tut und so weiter und so weiter und so weiter. All diese Dinge, all diese Erfahrungswerte, die dein Hund mit dir macht, über den ganzen Tag, sei es passiv durch Zugucken oder aktiv durch Handlung, dass er merkt, du setzt dich doch nicht so richtig durch und wenn er ganz lieb guckt, dann ist es doch nicht so schlimm und so weiter und so fort. All das kommt in euren Vertrag und euer Vertrag steht. Aber mit einem Fremden, mit einem Fremden hat dein Hund erstmal keinen Vertrag. Da fängt er erstmal neutral an. Die allermeisten Hunde. Es gibt auch Hunde, denen ist das scheißegal, aber die allermeisten Hunde sind einfach mit Fremden erstmal vorsichtiger. Genauso wie Kinder. Kinder sind mit Fremden erstmal zurückhaltend, aber wenn sie die Leute kennen, dann werden sie immer frecher und frecher und frecher. Der Kleine ist mit mir natürlich anders als mit unserem Nachbarn. Ob und inwieweit das ein Problem darstellt, das verschiedene Verhalten deines Hundes bei verschiedenen Personen, das hängt natürlich davon ab, was er macht. Wenn Donner jetzt einfach frech ist und Spaß hat und einfach ganz genau weiß, was sie mit dir machen kann oder nicht und dich das nicht stört, dann lass das doch laufen. Solange sie mit anderen nicht so ist, ist alles okay. Wenn du sagst, okay, es gibt aber ein paar Dinge, die mein Hund tut, die mich echt nerven oder die ich gar nicht möchte, dann musst du für dich verifizieren, wie bekomme ich das hin, ihr zu vermitteln, dass das eine Grenze ist, die sie überschreitet. Und da gibt es verschiedene Wege, aber letztlich steht und fällt das alles mit der Kommunikation. Du musst deinem Hund kommunikativ vermitteln, pass mal auf, bis hierhin ist es okay und darüber hinaus geht es nicht. Also wenn du mir in die Finger beißt, ab und zu aus Versehen beim Spiel, ist es in Ordnung, aber wenn du, weil das passiert mal und wenn es zu doll weh tut, sage ich dir Bescheid, aber wenn du aus Langeweile ankommst und direkt bei mir ins Hosenbein packst und dann rumzerrst, dann ist das nicht in Ordnung. Und ob du dann gegenkonditionierst oder deinen Hund korrigierst oder wie auch immer du dieses Verhalten in Anführungsstrichen absprichst, dass du sagst, finde ich nicht gut, das kommt dann wieder auf die Situation, auf den Hunden, auf das Thema an. In den allermeisten Fällen bei so Spielverhalten, wenn die so wild sind, dann korrigiere ich die ein bisschen. Also dann werden die vielleicht mal weggestupst oder weggeblockt oder körpersprachlich oder ich werde mal laut oder so. Da muss man ja noch nicht viel machen. Also die weiß einfach, was sie bei euch darf und was sie nicht darf. Das ist leider Gottes die Antwort. Klingt total gemein, ist aber so. Ich hoffe, das hilft dir. Wenn das wirklich die Donner ist, die Cocker-Donner, dann schick mir doch mal ein WhatsApp-Video. Schick mir mal ein Video per WhatsApp, sagst, hey, hier, guck, das meine ich. Dann kann ich mir das mal angucken und dann kann ich dir sagen, vielleicht das und das kannst du machen oder aber auch nicht machen. So, als erstes machen wir jetzt hier mal kurz die Superchats. Der Gernot mal wieder. Der spendet auch fast jede Woche, wenn wir streamen, fast jedes Mal, wenn wir streamen. Danke für deinen Supersticker, Gernot. Vielen, vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir wirklich viel, wenn ihr uns da so unterstützt. Finde ich sehr, sehr gut. Genauso wie R3, das ist eine Frage, wir eben beantwortet haben, hat uns auch einen Supersticker geschickt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Aber wie gesagt, wenn ihr uns unterstützt, ihr könnt uns auch einfach nur abonnieren, folgen, teilen. Abonniert uns jetzt auch auf Twitch. Helft uns, dass wir da freigeschaltet werden. Wie auch immer, ich finde alles gut, was ihr hier macht, wenn ihr uns unterstützt. Ich bin für jede Kleinigkeit dankbar. So, ich sehe, dass die Fragen nicht aufhören. Boah, ich muss mir Gas geben. Sabine will wissen, warum magst du Border Collies und würdest du die Showlinie oder Arbeitslinie bevorzugen für den Alltag oder als Sporthund? Meinungen gehen da auseinander. Ich finde, der Border Collie ist einfach der bessere Hund im Vergleich zu aktiveren Schäferhundrassen und dem Aussie. Also A sind die gesünder, die Border. Die sind auch Mischugge. Keine Frage. Der Border ist in gewissen Bereichen wie sag ich denn das? Grenzdebil. Aber alles noch auf eine nette Weise. Also ich habe weniger Probleme mit den Borders in der Huta, wenn die einfach andere hüten. Es gibt auch ein paar, die dann schnappen und es übertreiben und so. Aber tendenziell von zehn Border Collies in der Huta- oder Hundeschule sind sieben oder acht in einem Bereich, wo ich denke, ja gut, das nervt und die hüten jetzt einen anderen Hund, aber die tun keinem was. Während es bei dem Aussie zum Beispiel genau andersrum ist. Der Aussie ist viel prolliger, viel mehr, da ist es mehr so, dass ich sage, da ist es so bei vier oder fünf in Ordnung oder drei oder vier in Ordnung und die anderen sind wieder so, wo ich sage, da muss ich jetzt schon wieder was tun. Also ich finde, der Border Collie ist einfach insgesamt der angenehmere, aktive Hund, wenn man wirklich einen Hund haben will, der Bock hat zu arbeiten. Denn das ist super wichtig, weil du sagst so, für den Alltag einfach nur, um so nebenher zu laufen, ist Border Collie nix. Die brauchen was zu tun. Also ich hatte ein altes Pärchen, der Border hieß Schiller. Der Border hieß Schiller und die Besitzer waren, ich würde schätzen, so Mitte, Ende 60, 70 vielleicht sogar. und das hat funktioniert, weil der Mann war quasi den ganzen Tag mit dem draußen, Schiller konnte den ganzen Tag in den Hof und so. Aber das ist natürlich, das funktioniert nicht bei jedem. Also wenn man sich an die Videos von Colin erinnert, den wir damals aufgenommen haben, war ja unser erstes Sorgenfell. Das war eine Familie mit zwei kleinen Kindern und dann haben die sich getrennt und dann war halt der Border Collie noch dabei. Das ist keine Konstellation. Also da muss man ganz klar sagen, das ist kein Hund für jedermann. Aber für die Leute, die einen sensiblen Hund suchen, weil der Border Collie, auch die Rüden sind sensibel, die einen Hund suchen, der eher wenig davonläuft, eher viel Bezug zum Menschen hat und weniger Bezug nach außen hat, der aber insgesamt super fordernd ist und sagt, ich möchte was machen, ich habe Langeweile, wenn du nichts mit mir tust. Für den finde ich, ist der Border Collie eine total tolle Sache. Und man kann jetzt nicht sagen, Showlinie oder oder Arbeitslinie ist besser oder schlechter, weil die Gaia zum Beispiel war eine Mischung aus Show- und Arbeitslinie. Und das ist so, ja, es gibt schon ganz klare, krasse Showlinien, das sieht man dann auch, die haben einen ründeren Kopf und viel mehr Fell und so. Aber die allermeisten sind eh so mehr so eine Mischung. Also nicht 50-50-Show-Arbeit, sondern so 70-30, 60-40 oder so. Der eine mal mehr so, der andere mal mehr so und es kommt super viel auch auf den Züchter an, wie die aufwachsen und so weiter und so fort. Sagen wir es mal so, ein Border aus einer reinen, krassen Arbeitslinie, also Arbeitszucht, irgendwo vom Schäfer in Irland, der mit den Hunden den ganzen Tag nichts anderes macht als Schafe hüten, den würde ich niemandem empfehlen, weil dieser Hund wird in Deutschland, in Köln nicht glücklich. Fertig. Und da wirst du auch mit dem Hund wahrscheinlich nicht glücklich. aber ich sag mal, deutsche Züchter, da gibt es sehr, sehr viele, wo das gut laufen kann. Also ich mag den Border einfach, weil die sind einfach nett. Die sind einfach nett. Wir haben in der Huta, habe ich letztens in einem Video, glaube ich, auch die Abby gezeigt, Abby Border. Das ist schon eine Bitch, also die, aber das ist auch eine Erziehungsfrage, die wäre bei mir nicht so. Ich mag den Border einfach. Bin eher so Team Border, Koli. So. Wo könnte ich meinen Hund hinbringen, wenn ich zur Arbeit gehen müsste und er nicht daheim bleiben kann, fragt Silva. Das ist ganz einfach beantwortet, da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt gewerbliche Anbieter wie Hundetagesstätten oder Hundepensionen, wo du den Hund morgens hinbringst, abends abholst. Es gibt so eine Art Dogwalker, Gassigänger, Betreuer, die deinen Hund bei dir zu Hause abholen, mit dem ein paar Stunden was machen, den wieder nach Hause bringen. Es gibt so eine Art persönliche, private Betreuung durch Internetseiten wie betreut.de, Leinentauschen, all solche Geschichten. Es gibt auch Dogsharing, so wie es Carsharing gibt. Also zwei Haushalte teilen sich einen Hund. Kann man dazu stehen, wie man möchte. Finde ich nicht ganz so günstig, aber besser als dass der Hund dann im Tierheim landet. Das ist auf jeden Fall. Was ich sagen wollen würde ist, wenn deine Prämisse dir einen Hund anzuschaffen ist, dass du etwas brauchst, wo du ihn auf jeden Fall hinbringen musst, dann ist es nicht der richtige Zeitpunkt, sich einen Hund anzuschaffen. Bin ich ganz ehrlich, wenn du sagst, okay, ich möchte einen Hund haben, aber der muss fünf Tage die Woche irgendwie betreut sein, mach es nicht. Mach es einfach nicht, warte noch ein Jahr oder zwei, dann sieht die Welt vielleicht ganz anders aus, dann passt es vielleicht besser, weil das ist weder für deinen Hund schön noch für dich. Es ist ein riesen finanzieller Aufwand. Das heißt auch nicht, dass du einen Platz bekommst. In unserer Huta sind die Plätze seit Monaten ausgebucht und es ist ganz selten, dass wir mal wieder ein paar frei haben und so. Also es ist nicht ganz so einfach, aber ja. Genau, ich hatte auch mal ein Video dazu gemacht, die Marie hat es gerade schon eingeblendet, in einem alten TGH steht es drin. So. Ja, den Glühwein, den Glühwein gibt es im letzten Stream. Was ist denn das? Was ist das? Der 23. Was ist das für ein Wochentag? Ich habe tatsächlich Glühwein bestellt. Ich kann ja nicht einkaufen gehen. Ich kann kein Auto fahren, ich kann nicht laufen, gar nichts. Die Christine ist jetzt zwei Wochen weg. Kühlschrank ist voll. Jetzt habe ich einmal bei Picknick bestellt und habe da auch Glühwein mitbestellt. Die bringen mir das am Freitag und dann gucke ich, den Rest machen Nachbarn und Leute, die mir helfen und so. So. War der erst perfekt für einen Glücksreif? Ach so, Jennifer hat auf die Border Collie Geschichte geantwortet. Ja, ich mag den Border wirklich. So, Karo K. fragt, danke für den Stream, ich freue mich. Frage, wie viel Spielinteraktion braucht dein Hund? Verspielte Ritschbeckhündin 20 Monate. Ach, das ist schwierig zu sagen. Ich kenne weder dich, noch deinen Hund, noch deinen Umfeld, noch dein Leben, noch euren Alltag, noch in welchem Umfang dein Hund gerne spielt oder nicht. Es ist ja auch jetzt mal nur ein Ritschbeck und kein Malinois oder Border Collie oder Aussie. Trotzdem können die super verspielt sein. Aber ich vergleiche das jetzt rassetechnisch, weil die anderen Rassen sind eher aktivere und verspieltere Hunde. Der Ritschbeck ist eher so, du gehst jetzt raus, bei uns regnet es den ganzen Tag, machst die Tür auf, die guckt nach oben und sagt, nee, ich gehe mal nicht raus, es regnet doch. Ich kann mal Pause machen. Da sagt der Border, los geht's, Hauptsache raus. Als Beispiel. Prinzipiell kann man nicht sagen, so und so viel braucht es und so und so viel ist Minimum, denn da ist jeder anders und es kommt auch darauf an, ob du jetzt Spiel mit dir meinst oder Spiel mit anderen. Ich bin der Meinung, sagen wir es mal zumindest so, es ist besser für Hunde Kontakt und auch spielerischen Kontakt zu Artgenossen und Menschen zu haben, als sie nicht zu haben. Deutlich besser. Ob die den jetzt einmal die Woche haben, weil es nicht anders geht oder fünfmal die Woche, das ist schwierig in Korrelation zu setzen. Ich kann ja im Moment auch nichts machen mit Milan. Ich gehe hoch bis zum Feld und humpel so ein bisschen. Viel mehr ist nicht. Aber der will jetzt auch nicht mehr. Ab und zu geht mal eine Nachbarin mit ihm und so, aber groß spielen könnte ich jetzt mit dem nicht. Es gibt auch mal Phasen, wo das nicht möglich ist. Wenn du das Gefühl hast, hey, ist doch in Ordnung, zweimal die Woche, dreimal die Woche treffen wir uns auf ein Playdate und dann gibt die Vollgas, dann ist das schon okay. Wenn du sagst, okay, das reicht mir nicht, dann mach halt jetzt mehr. Die wird auch älter und wenn die Hunde erst mal fünf, sechs sind, dann wollen die auch nicht mehr so viel spielen. Ich finde es schön, das ist jetzt eine persönliche Meinung, das ist jetzt nicht die Meinung des Hundetrainers, sondern meine persönliche Meinung. Ich finde es schön, jungen Hunden, genauso wie jungen Menschen auch, also Kids, und Jugendlichen die Chance zu geben, viel zu spielen, viel zu toben, viel Gas zu geben, weil wenn wir älter werden, machen wir es alle eh weniger. Und die Gaia, die hat den ganzen Tag Party gemacht als junger Hund und das war für mich okay und als sie dann dreieinhalb, vier war, hat die auch mal gesagt, komm, ich bleibe jetzt mal auf der Couch liegen und renne dir nicht hinterher. Hör auf deinen Bauch, wirst du schon richtig treffen. Und eine Ridgeback-Hündin, die können auch schon mal Gas geben, glaube ich wohl. Also weiß ich wohl. So, Andi möchte wissen, worauf muss ich bei der Pfotenpflege im Winter achten? Das wäre eine gute Frage für den Winterstream gewesen, übermorgen oder morgen. Meine Eurasia-Rüde leckt sich Vaseline oder Linola immer ab. Das macht Pfötchen, das macht die Pfötchen nur trockener. Ja, die Problematik ist, Vaseline ist schon ein guter Tipp, du musst dann halt, du musst quasi das drauf machen und direkt raus, dass sie sofort in Bewegung kommen. Dann vermeiden viele Hunde das, das abzulecken, weil halt draußen die Bewegung, die Spannung interessanter ist. Du kannst auch mit Schuhen arbeiten. Du kannst, es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten, aber wenn er sich das alles nicht gefallen lässt, also wenn er weder irgendwelche Vaseline an Pfoten haben will, noch Schuhe, weil er dann nicht gehen will und sie immer auszieht oder die nicht halten, Eurasia hat halt auch viel Fell, dann ist das auch gar nicht so einfach alles, dann ist die einfachste Geschichte raus, dann ist es, wie es ist, dann kriegt er halt nasse und salzige Füße und wenn du reinkommst, machst du die richtig gut sauber. Das heißt, du hast da ein Handtuch und im Zweifel vor der Tür eine Gießkanne, wo du richtig das Salz abspülst, abtrocknest, fertig. Das ist das Wichtigste. Also wenn du eine halbe Stunde mit deinem Hund draußen bist oder eine Dreiviertelstunde und der läuft durch salzigen Schnee und durch den Matsch, ist das jetzt erstmal nicht so schlimm. Aber du musst danach vernünftig sauber machen. Das ist das Wichtige. Aber auf so Winter und Pflegefragen gehen wir in dem Morgen-Stream auf jeden Fall auch nochmal intensiver ein. Was heißt intensiver? Da werden viele Fragen zu dem Thema kommen. Ich hoffe, es hilft dir trotzdem an, die gut sauber machen. Gerade beim Eurasia mit dem fetten Fell, wollte ich gerade sagen, mit dem dicken Fell und dem dollen Fell ist sauber machen wichtig. Ach so, was du auch machen kannst, ist Fell schneiden um die Pfoten. Das ist einer der wichtigsten Tipps. Dass du hier dieses Fell zwischen den Zehen, nimmst du eine Nagelschere, wenn der schläft, schneidst du es so kurz, wie du kannst. Auch hier, lieber hat der die Füße ein bisschen weniger Fell, weil da bleibt der Schnee hängen, das verklumpt dann, dann können die Kacke laufen und so. Das ist viel schlimmer als die Tatsache, dass die halbe Stunde oder dreiviertel Stunde durch salzigen Schneematsch laufen. So, hallo Dirk, schreibt die Alice. Ich vermisse die Huta-Videos. Die helfen mir gerade sehr durch eine anstrengende Lernphase. Kommen bald auch mal wieder Rassechecks zu Westi, Corgi und so weiter. Liebe Grüße. Ja und nein. Also Huta-Videos wird es erstmal jetzt nicht geben. Ich habe es ja eben erläutert. Ich werde wahrscheinlich nicht vor Mitte, Ende Februar wieder arbeiten können. Also mit Arbeiten meine ich raus und Autofahren und Rennen und so. Wenn es gut läuft Anfang Februar, dann werde ich auch wieder in die Huta fahren und dann wird es auch wieder Huta-Videos geben. Aber erstmal gibt es keine Huta-Videos. Rassechecks. Ich weiß, das ist so ein Dauerbrenner. Ich sage, ich würde so gerne die Rassechecks machen. Ich habe so viel Bock, vor allem zum Corgi oder zum Westi. Das sind echt auch coole Rassen. Ich mag den Corgi total. Aber Rassechecks sind unfassbar viel Arbeit und das ist echt im Moment sehr schwierig. Also ein anderer Punkt, warum ich keine Videos gemacht habe oder zum Beispiel auch keine Streams gemacht habe in der letzten Zeit ist, ich stehe morgens mit dem Kleinen oder anders. Der Kleine geht um 17 Uhr ins Bett und meistens 17 Uhr 30, 18 Uhr das Licht aus und dann pennt der. So, ich habe den jetzt gerade mit den Krücken und dem Fuß immer ins Bett gebracht. Meistens bin ich sogar noch vor dem eingeschlafen. Dann schlafe ich um 18 Uhr ein, dann penne ich bis nachts um 2, 3, weil dann bin ich einfach, dann habe ich sieben Stunden geschlafen, bin ich wach. Dann stehe ich auf, dann arbeite ich irgendwie am PC bis 7 Uhr morgens, dann bringe ich den, also mein Rhythmus ist gerade so, dass ich abends nicht streamen kann, wenn der Kleine da ist, weil ich halt Christine nicht mit allem alleine lassen will, mit beiden Kindern. Das ist, die reißt sich, also die macht sich echt schon kaputt, da muss man, ich kann gar nicht so oft genug den Hut davor ziehen, was Christine gerade leistet, in Anführungsstrichen, nur weil ich kaputt bin. Das heißt, so Videos und Streams ist halt gerade einfach zeitlich gerade schwierig und Rassechecks ist etwas, ich möchte nicht hier am, als Beispiel, ich möchte nicht hier am Schreibtisch sitzen und sagen, der Corgi ist so und so und wenn du das, ich möchte rausgehen, ich möchte einen Corgi dabei filmen, ich möchte in der Huta die Corgis zeigen und interagieren und ich finde das einfach echter. Das heißt, ja, Rassechecks werden noch ein bisschen dauern, erst wenn das mit dem Kleinen so ein bisschen, ja, ein bisschen bessere Struktur hat, also wenn der, wenn der, keine Ahnung, wenn ich den um 18 Uhr ins Bett bringe und um 19 Uhr noch wach genug bin und so und wieder raus kann, dann vielleicht sieht es auch mit Streams und so weiter wieder ein bisschen besser aus. Also kann ich noch nicht genau sagen. Gib mir mal Zeit bis Februar und dann sehe ich weiter. So, Jamie möchte wissen, wie lange braucht ein Welpe 12 Wochen, bis er sich in sein neues Zuhause eingelebt hat und zur Ruhe kommt. Mein ist jetzt etwa 10 Tage hier und noch super hibbelig. Das kann man nicht verallgemeinern, weil es echt auf dein Leben ankommt und nicht auf dein Zuhause und auf die Rasse deines Hundes und auf die Vorerfahrung und so viele Dinge. Aber als Beispiel, was ich allen Hunde Haltern sage, wenn die sagen, hier, ich habe einen Welpen, der ist seit Freitag bei uns und wir wollen in die Hundeschule, sage ich immer, lass den zwei Wochen Ruhe. Ich möchte, dass dein Hund zwei Wochen zu Hause ankommt, bevor du irgendetwas Großes machst, wie Hundeschule oder sonstiges. Und erst dann schauen wir weiter. Dass dein Hund oder dein Welpe jetzt noch hibbelig und unruhig ist, ist erstmal nicht schlimm. Überhaupt nicht, weil das völlig normal ist für die allermeisten Welpen. Du kannst mal schauen, wir haben ein Video gemacht mit Sheila damals, als Sheila unser Sorgenfell war, weil die war, ja, jetzt hat Marie ein falsches Banner eingeblendet, glaube ich, weil die Sheila war, Gott, die hat den ganzen Tag nur gebellt. Sie waren bei mir im Welpenkuss damals und dann haben die irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr und habe ich gesagt, komm, dann kommt sie zu mir, ich finde zu Hause für die und die ist uns auf die, also die ist die Wände hoch und runter. Und zwar einfach ein aktiver Schäferhund. Da habe ich genau das gemacht, was die Marie jetzt gerade hier unten im Chat verlinkt hat. Welpen zur Ruhe bringen, damit kannst du arbeiten. Und damit kann man nach zwei Wochen auch schon ganz gute Ergebnisse erzielen, dass die mal ein Stündchen durchatmen und so und dann kommt der Rest von alleine. Aber jetzt zu sagen, so und so lange dauert es in der Regel, das ist, weil, schau, wenn du, wenn du jetzt eine deutsche Dogge hast, dann ist das Hebelicht der deutschen Dogge eine ganz andere Geschichte, als wenn du jetzt einen Prager Rattler hast oder einen richtig kernigen und aktiven Parson Russell Terrier oder Jack Russell Terrier. Die gehen dir die Wände hoch. Oder so Pinscher, weil die sind wirklich also da gibt es ganz viele Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Schau dir das Video an, ich glaube, das wird dir helfen. So. Warte, das muss ich wegklicken. Oh mein Gott, Marie, du musst auch für Fragen zu sammeln. Das wäre immer mehr. Rebecca Göbel, sollte man dem Hund im Winter auch Tabletten gegen Zecken geben? Ja. Also wenn du in einer zeckenverseuchten Gegend wohnst, es gibt in Deutschland wenige Regionen, die im Winter zeckenfrei sind. Nur noch wenige. Es gibt ganz viele Bereiche, in denen auch im Winter schon Zecken bei uns zu finden sind. Das habe ich auch in einem der Zecken-Videos mal erwähnt. Also wenn du auf YouTube-Stadtfälle-Kanal gibst, dann gibst Zecke ein. In irgendeinem Video, da habe ich auch mal ein Bild dazu gezeigt, wie das da aussieht, wo FSME-Gebiet ist und so weiter und so fort. Zecken sind in Deutschland mittlerweile ganzjährig, leider. Und wenn du da sicher sein willst oder wenn dein Hund dazu neigt, viele Zecken zu haben, weil du auch viel in den Wald gehst, dann solltest du auch im Winter über ne Prophylaxe nachdenken. Wie auch immer die für dich aussieht. So, Christian. Christian ist auch aus dem Discord. Einer unserer Mods übrigens. Ich kann es mir voll vorstellen. Christian hat einen weißen Schäfer und muss dazu sagen, der Sky. So, Christian möchte wissen, wie kann ich meinen Hund motivieren, die Frisbee wieder zu mir zurückzubringen? Aktuell kommt er bis auf zwei Meter an mich ran und legt sich dann ab und zerbeißt die Frisbee. So. Jetzt, das machen wir ganz einfach. Es gibt da tausend Wege nach oben, aber ich kenne den Hund und ich glaube, dass das für ihn die wahrscheinlich effektivste oder erfolgversprechendste Variante ist und für die allermeisten aktiven Hunde ist das. Sich hinlegen und die Beute, die Frisbee zu zerstören und zu zerkauen ist ein schönes Spiel. Ich hätte jetzt mal auf einer Skala von 1 bis 10 Wert 4 oder 5. Der Frisbee hinterher zu rennen und die zu jagen und zu packen ist aber eine 6 oder eine 7 oder eine 8. Also es ist einfach für die meisten Hunde geiler. Was du also machst, ist, du hast eine Frisbee und hast nochmal die gleiche Frisbee. Also, von mir aus unterschiedliche Farben, aber die gleiche Art Frisbee. So. Und dann schmeißt du eine Frisbee. Der Hund holt die, bleibt 2 Meter vor dir stehen, legt sich hin. In der Sekunde, wo er sich hinlegt, holst du die zweite Frisbee raus, sagst, dann lässt du die eine in Ruhe, weil deine Frisbee, da ist wieder Leben drin, die ist spannender, die ist cooler, die kann wieder fliegen. Kommst du dir angerannt, Frisbee fliegt wieder. Dann holst du dir die Dialag, gleiches Spiel. Der kommt wieder angelaufen, dann fliegt wieder die. Das heißt, du hast zweimal exakt das gleiche Spielzeug, das kann man mit Bällen genauso machen wie mit Dummies, genauso wie mit Frisbees. Und dein Spielzeug hat Leben. Dein Spielzeug kann Dinge, wenn du das hast, das sein Spielzeug nicht kann. Die allermeisten Hunde bevorzugen das Rennen und Hetzen und Reinbeißen. Die wenigsten sagen, ach Arschlecken, ich bleibe jetzt hier und nagt das kaputt. Es gibt natürlich auch so einen Punkt, wo die dann müde sind und lieber liegen bleiben und kauen. Es gibt auch Hunde, die einfach lieber gern kauen. Ich hatte einen Jack Russell Terrier im Frisbee-Kurs, der hat für ein Vierteljahr aus jeder einzelnen Frisbee, die wir hatten, ein Nudelsieb gemacht. Aber wirklich, der hat die einfach komplett zerstört. Ja, die war auch echt verzweifelt am Anfang, die Andrea mit dem Lou. Und sogar die Bissfest, den Frisbees, die ich hatte. Also ich habe ja wirklich so, liegt hier noch eine? Nee, die Christine, glaube ich, weggenommen. Also so Profi-Frisbees, die nicht als unkaputtbar gelten. Der hat die zerstört. Aber irgendwann wurde auch das besser, weil einfach der Spaß an dem Spiel besser da war. Also Christian, versuch es mal mit dem Tauschgeschäft in Anführungsstrichen oder mit der zweiten Frisbee. Ich hoffe, dass das für dich funktioniert. Ich glaube zumindest, dass es ist, was dem Futschkei am meisten Spaß macht. Und irgendwann, wenn man das oft genug macht, dann wird aus diesem, ich lege mich hin und zerkau die Frisbee, wird erst mal ein, ich renne in der Erwartungshaltung zu dir, lass vorher die Frisbee fallen und dann gibt es die nächste. Da muss man halt gutes Gespür dafür haben, wann es zu viel ist und wann der Hund im Zweifel aus Müdigkeit dann liegen bleibt und doch mit der anderen Frisbee weiter rumkaut. So. Tina möchte wissen, hallo ihr Lieben, ich sammle Ideen, wie wir vermutlich territoriales Bellen am bodentiefen Wohnzimmerfenster für uns verbessern können. Zwergpudel, drei Jahre, Weibchen, große Vögel, Hunde, Menschen triggern. Ja, da gibt es tausend Möglichkeiten. man kann das natürlich, man kann das mit trainieren, mit Alternativverhalten, man kann das korrigieren, wenn die bellt, dass der Hund dann Ärger dafür kriegt. Ich habe alles Mögliche schon mal gehabt, aber das Einfachste, wirklich das Einfachste, was ich gemacht habe, ich weiß noch, mit dem Massimo haben wir da echt lange für gebraucht. Massimo war ein total netter Lobby, die Familie war super nett, die sind dann irgendwann, glaube ich, nach Hannover gezogen oder so und die hatten auch so ein bonetiefes Fenster und das war halt leider Gottes auch noch die Seite, wo der Nachbar seinen Eingang hatte. Das heißt, der ist ja immer komplett durchgedreht und dann hatten die so ein Plissé, so ein Stoffdings, das hat er dann immer abgerissen und da habe ich gesagt, hier sieh zu, dass der einfach nichts sieht. Da kaufst du dir bei Amazon, klingt total blöd, kaufst dir bei Amazon einfach so eine Milchglasfolie, die kannst du da draufkleben, die kostet dich 2,50 Euro und dann klebst du einfach in der Hohle so drauf, dass der Hund nichts mehr sieht. Also das ist die einfachste Variante, wenn man nicht dazu kommt, das zu trainieren oder zu arbeiten oder aber sagt, ich will das auch nicht arbeiten oder keine Ahnung, wir haben schon ein paar Sachen probiert und es funktioniert eh nicht und mir kann hier keiner helfen, dann einfach so eine Milchglasfolie. Hat auch den Vorteil, dass wenn die Hunde dazu neigen, da rumzukratzen, geht halt die Folie kaputt und nicht das Fenster. Ansonsten gibt es für Bällen an Tür oder Fenster gibt es ganz viele Varianten, ganz viele Optionen. Da kann man auch mal gucken, TGH 200, da ging es um Rocky, den Schäferhund, der hat zwar gebellt bei Besuch, aber da habe ich zum Beispiel schon eine relativ intensive Trainingsvariante mit einer Rappelflasche benutzt. Das wirst du bei einer Zwergpudelhunde nicht so müssen in der Intensität, da Rocky war ein Schäferhund. Aber ich kann das halt auch korrigieren, ich kann dem Hund auch sagen, lass das sein. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was für dich der richtige Weg ist, weil ich kenne weder dich noch deinen Hund und ich will dir jetzt auch nicht sagen, korrigier deinen Hund, weil das kann halt auch das Falsche sein. Also das auf Entfernung mit so Korrekturen mache ich einfach ungern. Gegenkonditionieren ist das einfachste, sicherste. Immer wenn die Bellt auf die Decke schicken, dann gibt es Kekse, dann gehst du selber gucken, das ist das Netteste. Und wenn das einfach nicht klappt, der Hund das nicht versteht, du das nicht umsetzen kannst oder aus irgendwelchen Gründen, dann macht dir Milchglasfolie da dran. So, Nadine. Was sagt dir die Uhr? Eine Stunde sind wir jetzt dran. Oh Marie, das wird immer mehr. Was soll ich das denn alles beantworten? Nadine möchte wissen. Mein Australian Shepherd-Rüde, drei Jahre, hütet im Freilauf ziemlich körperlich meine Zweithündin. Sieben Monate. Er lässt sich davon abbringen, wenn man ihn ermahnt oder herruft, fängt aber wieder an. Tipps. Nadine, das kommt jetzt ganz drauf an, was deine Zweithündin ist. Was ist das denn für eine Hunderasse? Kannst du das dazu schreiben? Also wenn Nadine Wefer noch im Chat ist, schreib uns bitte mal, was deine Zweithündin für eine Hunderasse ist und was die daraus macht, wie die sich fühlt. Solange mache ich eine andere Frage. Ich lasse das mal noch hier offen. Grit möchte wissen, Panik nach mehreren Überschallknalls bei unserem Tierschutzhund. Wie kann ich ihr helfen? Äh... 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 oder Aggression geht. Ich bin nicht böse, dass ich dazu sage, das musst du dir vor Ort angucken lassen. Wenn es gerade, wenn es um starkes Angstverhalten oder starkes Aggressionsverhalten geht, ist das Internet nicht der richtige Ort für eine Lösung. Das ist, als würdest du sagen, hey, ich hatte drei Herzinfarkte und googelst ein bisschen. Du musst zum Arzt. Das heißt, in dem Fall, bitte such dir einen Trainer, der sich damit auskennt. Ruf bei Hundeschulen an, sagst dir ganz klar, worum es geht, so wie du es gerade hier gemacht hast. Ich habe einen Hund, der wirklich extreme Angst hat. Ich brauche jemanden, der damit sich auskennt. Die hat sich ein paar Mal erschrocken. Können sie das leisten? Und dann musst du rumtelefonieren. Das geht nicht anders. Sei mir nicht böse, da möchte ich dir keinen Ratschlag geben, weil es gibt so viele nur noch so Facetten, die das Ganze in beide Richtungen verbessern oder verschlechtern können. Da fühle ich mich nicht wohl bei. Fred möchte wissen, hey Dirk, hast du Erfahrungen mit Kernterriern? Oh ja. Sind Riesenfans von deinen Videos aus Wien. Schönen Grüße nach Österreich. Unser Kerni ist aber ein echt irrer Jägerin und wir suchen nach einer guten Auslastung. Ja. Da gibt es jetzt tausend Möglichkeiten, wie man solche Hunde auslasten kann. Der Kernterrier ist, was die Terrier angeht, noch eher so im Mittelmaß. Es gibt viel schlimmere, es gibt auch nettere Terrier. Aber trotzdem sind das keine Schlaftabletten. Und vor allem, was der Kernterrier hat, ich schreibe die immer so ein bisschen anders. Ich schreibe die wirklich K-I-R-N, weil das ist ein kerniger Hund. Also die sind wirklich, die sind robust, die sind immer so ein bisschen krummelig. Nee, mach deine Scheiße doch selber. Das heißt, Kleist sagt manchmal mit der Erziehung auch nicht so einfach. In deinem Fall geht es dir aber nur um die Auslastung. Du kannst mit dem Terrier eigentlich alles machen. Du kannst wirklich, wirklich von Agility über Zielobjektsuche, von der wir eben geredet haben, ist theoretisch alles möglich. Ich hatte zum Beispiel, und da sind wir jetzt bei dem Thema Kernterrier, eine Hündin, von der wir denken, dass sie ein Border-Terrier-Kern-Terrier-Mix war. Weiß man nicht so genau. Die hat auch gejagt wie die Pestis in die Büsche rein, und da kam die nicht mehr raus. Und so, wenn die Mäuse oder Kaninchen da hatte, da war die Stunde im Busch, und dann haben die da ewig gesucht und so. Für die war Reizangeln einfach eine super Geschichte. Also Reizangel hat, damit konntest du rausgehen, da hast du so einen Stock, ein Seil dran, vorne ist eine Beute, so ein Hasendami, da kannst du es bis auf die Spitze treiben mit Fell und Geruch und Fleisch drin und tralala. Also man kann das wirklich extrem machen. Und dann bietest du deinem Hund einfach an, seinen Jagdwillen mit dir auszuleben. Es ist immer schöner, zu zweit zu arbeiten, auch für den Terrier, und Erfolg zu haben, als im Busch alleine zu graben. Es gibt natürlich auch Hunde, die wollen gerne alleine, aber wenn die Beziehung so ein bisschen stimmt, und wenn dein Hund gerne mit dir generell was macht, dann ist Reizangeln eine gute Geschichte. Habe ich mal ein Video dazu gemacht, findest du Jagdtrieb umleiten, heißt das, glaube ich, auf YouTube. Guckst mal Jagdtrieb umleiten, da ist auf dem Screenshot oder auf dem Thumbnail, ist, glaube ich, so ein Lobby-Verschnitt, der so einem Ball hinterher rennt. Und da habe ich auch darüber geredet, dass man Reizangeln kann. Habe das ein bisschen mehr erklärt. Reizangeln könnte ich mir als, könnte ich mir euch das gut vorstellen. Habe ich viele Terrier gehabt, mit denen ich das gemacht habe. Weil das typischerweise so Hunde sind, die rennen wirklich irgendwo im Busch, und dann sind die eine Stunde, die sind auch überhaupt nicht ansprechbar. Also wirklich gar nicht. Aber dafür ist der Terrier mal gemacht worden. Schaut euch den Russell-Check zum Jack Russell-Terrier an. Dann sieht man auch so ein paar B-Roll-Aufnahmen, wie die dann irgendwelche Scheuen, die Ratten jagen und so. Also die sind dann wirklich echt out of order. Ja. So, Nadine Wefer hat geschrieben. Da. Also hier nochmal die Frage von Nadine. Und sie hat geschrieben, meine Zweithündin, wo war's? Meine Zweithündin ist ein finnischer Lapphund, um Gottes Willen. Das ist doch noch kompliziert. Sie ist es schon gewöhnt und scheint es nicht so sehr zu stören. Sie schränkt sie aber auch schon ziemlich beim Rennen. Er schränkt sie aber auch schon ziemlich ein beim Rennen. Insbesondere, wo kommt der Rest? Gut, insbesondere wahrscheinlich, wenn sie viel rennt. Also, finnischer Lapphund ist natürlich jetzt auch mal wieder eine Hunderasse, die wahrscheinlich kaum einer hier im Chat kennt. Da hatte ich, glaube ich, zwei oder so oder drei. Elkhund, Lapphund. Die sind eher selten. Sind aber eigentlich ganz passable Hunde. Klingt total blöd, ne? Aber wenn du sagst, deine Hündin stört es nicht. Du sagtest ja, die ist sieben Monate alt und dein dreijähriger Hüde hütet die. Weißt du, was passiert, wenn die das jetzt schon nicht stört? Lass sie mal in die Pubertät kommen, deine Maus. Ich schwöre dir, spätestens im Sommer hat die dem fünfmal eine reingehauen. Wenn du jetzt noch ein halbes, dreiviertel Jahr wartest, dann macht die das für dich. Dann muss das nicht machen. Trotzdem, wenn du sagst, der nervt die zu sehr und du sprichst ihn an und der kommt da weg, dann machst du halt weiter. Ja, also die Lösung ist wahrscheinlich, mach weiter so und irgendwann wird sie ihm schon die Löffel langziehen. Und wenn die sonst ein gutes Team sind und er mag sie und sie mag ihn, dann wird sie, wenn sie ihm Bescheid sagt, damit auch durchkommen, weil er sich das von ihr tausendmal besser sagen lässt als von dir. Das ist einfach so. Eine Hündin, die irgendwann die Faxen dick hat von dem Rüten, der sie nervt im Alltag, die sagt das dreimal richtig und dann ist es meistens auch gut. Und die Rüten neigen dazu, in aller, aller seltensten Fällen da auch irgendwie mehr zu machen. Der ist dann eher beleidigt und steht vor dir und sagt dann, hast du gesehen, die hat mir voll eine runtergehauen, obwohl ich ganz normal war, wie sonst auch. Also, Nadine, unterbrich es, wenn du das Gefühl hast, es ist zu viel, lass es ab und zu laufen, wenn du denkst, ist doch alles in Ordnung und die Maus stört das gerade nicht. Wenn daraus ein Spiel ab und zu wird, ist auch okay. Und wenn sie ihm irgendwann die Löffel langzieht, dann klatschst du noch Beifall. Bestätigst du sie noch, sagst du, sehr gut, vielleicht lernt das ja jetzt. Wir haben das in der Huta zuhauf, ganz viele Mädels, die dann den Rüten die Löffel langziehen, weil die nerven. So. Und meistens brauchen die Jungs das auch. Muss man ganz ehrlich so sagen. Marvin möchte wissen. Hallo Dirk, meine Hündin ist fünf Jahre alt, 22 Kilo aus Rumänien, seit drei Jahren bei mir. Kuschelt eher selten und zurückhaltend. Wie kann ich ihr zeigen, dass sie auch gerne mehr und näher kuscheln kommen darf? Yo, das ist superschwierig, Marvin. Also nicht jetzt wegen deiner Hündin, aber das ist einfach generell. Also es gibt, oder anders, die Gaia, die ersten vier Jahre, wirklich, Schlag vier Jahre, als die vier wurde, war anders. Wenn ich die berührt habe und auch nur eine Haarspitze mit dem Finger, weil ich mich auf der Couch bewegt habe, dann hat die geguckt so richtig so, wie kannst du nur, ekelhaft und ist gegangen. Dann war die weg. Und irgendwann hat sie es dann auch genossen. Also Mädels, also Mädels, Weibchen, sind da oftmals ein bisschen reservierter und anders und kuscheln nicht so gerne, ist meine Erfahrung zumindest. Und es kommt natürlich auch total auf Charakter an. Manche Hunde sind, Hunde, die haben gerne Nähe und denen kann es gar nicht kuschelig genug sein. Vielleicht habt ihr die Tage bei uns auf Instagram ein Video gesehen von der Mittagspause. Da liegen alle Hunde so durch in der Gegend rum und da ist ein Richback, der hat die Nase quasi in den Beinen von der, also Janine sitzt da und der hat da quasi die Nase in die Beine geschoben zum Kuscheln, so ganz rein. Also da ist jeder anders. Und ganz viele Hunde, wenn die vor allem, du sagst, sie ist fünf Jahre alt, aber die ist erst seit drei Jahren bei dir, das heißt, du weißt nicht, was in den ersten zwei Jahren ist, wenn die in dieser frühen Phase einfach keinen Bezug zum menschlichen Körper gelernt hat, dann kann es einfach sein, dass sie sich damit schwer tun, dass sie das nicht mag oder dass sie es nicht braucht. Es kann sein, dass sie es nicht mag, kann aber auch sein, dass sie das einfach nicht braucht oder nicht will. Es kann auch sein, dass sie das nicht kennt. Das musst du selber für dich vielleicht versuchen zu beurteilen, was wahrscheinlicher ist. Wenn du möchtest, dass sie ein bisschen mehr und näher rankommt, dann mach es vor allem ruhig und gemütlich. schnapp dir deinen Hund mit einer Leberwurst-Tube oder mit irgendwas, was sie gerne hat und setz dich auf die Couch, lass sie zu dir rankommen, lass sie ein bisschen an dir rumlecken, dass sie erst mal lernt, sich auf deinem Schoß abzulegen oder so und dabei an der Leberwurst-Tube leckt. Du kannst theoretisch auch mit einer Leine sie bei dir halten, dass sie einfach erst mal neben dir ist und dann streichelst du sie so ganz leicht. Also Stück für Stück einfach daran gewöhnen, dass Körperkontakt für dich in Ordnung ist. Trotzdem gibt es manche Hunde, die haben da einfach keinen Bock drauf. Ich kann dazu mal ein Video machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das ist eigentlich echt eine gute Idee, dazu mal ein Video zu machen, wie zeige ich meinem Hund, dass körperliche Nähe gut ist oder dass körperliche Nähe eine schöne Geschichte sein kann. Die Marie schreibt das bestimmt auf die Themen auf. Ich hoffe, es hilft dir ein bisschen, Marvin. Leberwurst-Tube und setz dich auf die Couch, sie soll von der Seite kommen, dann hast du hier die Tube und dann darf sie an der Tube lecken und wenn du dann die Tube über dich drüber ziehst und von hier kommt der Hund, dann muss sie ja irgendwann über dich drüber steigen. Und dann ziehst du die Tube ein bisschen runter, dass sie einfach erst mal mit den Vorderbeinen auf deinen Beinen so eine Ruhe dann der Tube leckt. Einfach so. Oder setz dich auf den Boden, nimm normale Leckerchen, wenn sie die Leberwurst-Tube nicht mag und leg die auf dein Bein, auf deinen Körper. Dass sie einfach mal lernt, deinen Körper zu berühren, dass sie über dich drüber läuft, dass sie es steuern kann. Und dann irgendwann hast du einen Hund, der klettert auf dich drauf und hat da kein Problem mehr mit und dann kannst du mit dem Kuscheln kommst du wahrscheinlich auch weiter. Oh, Marie, hör auf, Fragen zu... Ey, das werden immer mehr. So schnell kann ich gar nicht antworten. René, wir wissen, was kann man tun, wenn ein junger Border Collie-Rüde zu Beginn der Gassierunde schon auf 200 ist, haben es mit anleihendem Körbchen versucht und mit Ruhe rausgehen. Jedoch dreht er immer sofort auf. René, das kommt so ein bisschen drauf an, wo du wohnst. Es gibt viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Das Einfachste ist, den Hund in die Arbeit zu bringen. Gerade beim Border Collie. Also du gehst raus, es gibt zwei Optionen. Arbeit, entweder Arbeit Vollgas, also Rennen, Ball holen, Hüten, was auch immer. Irgendwas mit richtig Action. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du irgendwo, keine Ahnung, in der Eifel wohnst und direkt vor der Tür ist ein, weiß ich nicht, ein Feld oder eine große Wiese. Da ist das möglich. In Berlin, in der Innenstadt geht das nicht. Die andere Variante ist, konzentriert ruhige Arbeit. Das heißt, bevor die Tür aufgeht, Lein ist dran, Sitz, Tür auf. Der Hund will los, Paff, Tür wieder zu. Nein, Sitz. Lernen zu konzentrieren, die Energie in Arbeit, in Spaß am Tun umwandeln. Und dann mit dem Hund raus, Tür zu, wieder Sitz, abschließen, Fuß, ein paar Meter Fuß gehen, bis man im Park ist. Fünf Minuten Kopfarbeit und dann muss aber im Park spätestens Dampf raus. Da muss irgendwann Dampf raus. Dann machst du zehn Minuten, Viertelstunde richtig Vollgas, Bällchen, Frisbee, was auch immer du Spaß hast oder woran auch immer du mit deinem Hund Spaß hast. Und dann hat er wieder Freizeit und dann auf dem Rückweg wieder fünf, sechs, zehn Minuten ein bisschen was arbeiten. Kopf, Sitz, Platz, Fuß. Dann vielleicht wieder ein bisschen Party. Also, wenn dein Hund aus Vorfreude auf den Spaziergang hochfährt, dann hol diese Energie raus, indem du mit ihm arbeitest. Zumindest beim Border Collie funktioniert das in den allermeisten Fällen. Wenn du sagst, nee, der ist dann so aufgeregt, dass ich nicht mit ihm arbeiten kann, dann ist das ein klassischer Fall für Hundeschule. Weil dann musst du unter hohem Aufregungs- und Ablenkungslevel lernen, mit deinem Hund zu kommunizieren und zu arbeiten, damit er lernt, sich zu konzentrieren. Oder du kannst es natürlich auch alleine machen, aber das wäre so ein klassischer Fall. Wenn du jetzt hier wohnen würdest, würde ich sagen, kommst zweimal zur Hundeschule in die Gruppe. Ich will erst mal sehen, wie ihr euch da schlagt und dann kann ich ihr sagen, was wir zu Hause machen. Als Beispiel. So, die Mandy hat gerade einen Sticker geschickt. Vielen, vielen Dank für den Supersticker für die 5-Euro-Mandy. Ich habe deine Frage sehr gerne beantwortet. Ich hoffe, es hilft dir. Ich sehe übrigens gerade, du hast da ein Borbol. Ist das ein Borbol im Bild? Borbol? Ich hoffe ja. So. Oh, Marie. Jetzt ist schon wieder eine Frage dazugekommen. René hat noch dazu geschrieben, zwei Jahre alt. Okay, das ist egal. Ja, danke Marie für das Banner. Also, Marie hat gerade einen Banner eingeblendet. Ja, ab jetzt reicht es mit Fragen für heute. Ihr könnt, ihr könnt gerne, gerne noch Fragen stellen. Wir streamen ja noch dreimal, aber es ist ja jetzt schon 20 Uhr und das ist echt noch eine lange Liste. So. Anja möchte wissen, Hallo in die Runde, seit mein Sam, ein British Collie, mit 13 Jahren schlecht hört und sieht, geht er aggressiv auf andere Hunde los. Das war vorher noch nie. Was kann ich tun? Und gute Besserung, schreibt sie. Danke für die Besserungswünsche. Anja, lass mich in Ruhe. Das klingt total gemein, ist das jetzt so sage für dich, aber ich bin fest, 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 fest davon überzeugt, dass es einen gewissen Punkt im Leben gibt, wo wir unseren Hunden nicht mehr zumuten sollten, sich komplett zu verbiegen und umzudrehen. Das, was dein Hund gerade tut, ist höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich so eine Art Show of Forces, Angriff ist die beste Verteidigung. Das heißt, der weiß selbst, dass er nicht mehr so gut kann, dass er nicht mehr so gut sieht, dass er nicht mehr so gut hört. Der realisiert Dinge einfach viel später, der erschreckt sich viel öfter und so weiter und so fort. All diese Dinge sind total nachvollziehbar, auch für uns, wenn wir darüber nachdenken. Die Sinne sind nicht mehr so gut, ich kriege nicht mehr so gut mit und ich erschrecke mich oft, wenn junge Hunde auf mich zukommen, dann rempelt mich so ein junger Spund an, das tut auch gleich so richtig doll weh. Also, wenn einer kommt, sage ich schon, hau ab, lass mich bloß in Ruhe. So. Und das ist völlig nachvollziehbar. Und da jetzt mit einem 13-Jährigen noch hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt musst du aber damit aufhören, halte ich einfach für nicht, das ist, als würde ich, weißt du, mein Urgroßvater, als ich so 10, 12 war, war der um die 90 und hat dann angefangen, weil er dement war, meine Familie zu beleidigen, zu beschimpfen, zu bespucken. Aber da kannst du halt mit dem, weißt du, ist vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber es gibt halt einfach einen Punkt, wo ich sage, naja, nee, der Milan ist auch total kauzig, ey. Der geht in die Huta, die Male, wo ich jetzt noch in der Huta war, so im Spätsommer, da ist sie gleich auch los auf den ersten Hunden, hat gesagt, oh, ich vögel dich, der kann, ich kriege nicht mal mehr die Beine hoch. Dann habe ich den 5 Mal da runtergeholt, habe gesagt, lass ihn die Scheiße sein. Also, klingt total blöd, Anja, geh in solchen Situationen einfach aus dem Weg, hab Verständnis dafür, dass deinem Hund gerade wahrscheinlich die absolute Grundlage für sein natürlicherweise instinktisches, tierisches Leben entzogen wird, nämlich seine Sinne und ja, unterstütze ihn dabei, den Rest des Weges mit dir zusammenzugehen und seine Ruhe zu haben. Und das ist auch nicht schlimm, also, klingt total gemein, aber das ist ein 13-jähriger Koli. So, wenn da jetzt ein einjähriger oder zehn Monate alter Labi kommt, so eine Labi-Maus, Labi-Mädchen oder Labi-Rüde, die einfach den total anschnöselt und viel zu wild ist und dein 13-jähriger Opa greift die an, dann wird der die nicht großartig verletzen, der wird der nicht großartig Schlimmes tun können. Was einziges Schlimme, was passieren könnte, ist, dass er die vielleicht mal doof erwischt, die hat einen Kratzer und die dreht sich um und haut dem unter eine rein. Das wäre viel eher wahrscheinlich, aber das ist so ein bisschen, als wenn so eine alte Oma mit 80 mit der Handtasche wedelnd durch die Stadt läuft, um irgendwelche 14-Jährigen zu vertreiben. Das nimmt halt keiner ernst, die kann dem nichts. Also, wenn der das mal macht und mal so einem jungen Hund sagt, pass mal auf, schubs mich nicht, ich bin viel zu einfach so eine Scheiße, ist das auch okay. Ich würde mir viel mehr sorgen um das Echo, um die Rückmeldung von dem anderen Hund machen. Ich hoffe, es hilft dir. Genieß die letzte Zeit mit deinem Hund. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, was macht man mit alten Hunden noch. Also, ich mache mit mir dann nichts mehr. Ich genieße das einfach nur. Ich lasse ihn Rentner sein. So, pass auf, wir haben noch zwei Fragen, da muss ich mal fünf Minuten Pause machen und mir einen neuen Kaffee machen. Jennifer Streitwieser möchte wissen, was soll ich machen, wenn uns ein freilaufender Hund angreift? Das passiert uns leider regelmäßig. Wir wohnen sehr ländlich. Gibt es da irgendwas oder einen Trick, wie wir den Hund verscheuchen können? Ja und nein. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, wie man damit umgehen kann. Es gibt auch Videos von anderen Kanälen im Netz, die sagen, was du dann machen kannst und was nicht. Aber man muss immer dazu wissen, das sind natürlich alles Tipps, die auch im Zweifel nach hinten losgehen können. Also wirklich doll nach hinten losgehen können. Und wenn ich sage, ja, dann lauf laut rufend auf den anderen Hund zu, dann kann es auch sein, wenn das ein Schäferhund ist, dass der sagt, ja, jetzt bist du erstmal die Nächste und danach kümmere ich mich um deinen Hund. Also das ist nicht ganz so einfach, aber in den allermeisten Fällen ist es einfach, wenn man wirklich präsent ist, laut ist und deutlich ist, dann gehen die annermeisten Hunde. Und ob das jetzt ausreicht, dass du laut bist, dass du vor deinem Hund stehst, dass du schreist, dass du auf den anderen Hund zurennst oder ob du deine Jacke oder deinen Leckerchenbeutel dahin wirfst oder ob du deinen Schlüsselbund schmeißt auf den Boden, also nicht auf den Hund, sondern damit das irgendwie Krach macht, ob du jetzt nur mit einer Wasserflasche arbeitest oder so, das ist keine Ahnung. Also das ist von Situationen und von Hund so unterschiedlich und so weiter und so fort. Eine Sache, die ich aber, da bin ich, ja, bin ich sehr pragmatisch, wenn es wirklich ein Hund ist, der meinen Hund angeht, also wirklich angeht, nicht nur ankommt und den anbellt und davor rumhüpft und so ein bisschen tut oder so, sondern wirklich der meinen Hund schon mal angegriffen hat und gebissen hat oder da wirklich zu einer Keilerei gekommen ist, da kenne ich keinen Pardon, da bin ich, der kriegt auch von mir gleich von Latz, bin ich ganz ehrlich. Ich habe das auch ein paar Mal gehabt, dann gehe ich das nächste Mal mit der Wasserflasche lang oder mit einer Rappelflasche und dann schmeiße ich die dem wirklich laut entgegen oder meine Jacke oder so. Also da diskutiere ich dann auch nicht mit den anderen Hundehaltern. Solche Fälle hatte ich schon mit Kunden, die dann gesagt haben, ja, hier im Dorf, da sind so ein paar, die lassen ihren Hof immer offen und wenn ich da vorbeigehe, schießen die Hunde raus und die Leute lernen das nicht und denen ist das scheißegal. Dann sage ich den Kunden immer, dann gehst du ja jetzt mit einer Wasserflasche vorbei und dann kriegt der Hund einfach einen richtig fetten Schuss Wasser in die Nase. Dann kann er, bei den meisten Hunden reicht das halt. Und wenn dir dann die Besitzer ankommen und dir blöd kommen, dann sagst du dir, nee, ich habe es dir fünfmal gesagt, das ist selber schuld. Weil die können dir nichts. Du verteidigst dich und deinen Hund und die sind dafür verantwortlich, dass deren Hund keinen anderen belästigt und angreift. Das ist viel wichtiger. Also Jennifer, kann ich dir nicht sagen, was du genau machen sollst. Wichtig ist, sei präsent, sei laut, sei deutlich, sodass der andere Hund mitkriegt, dass du das nicht willst oder der andere Besitzer. Wenn du dir das nicht traust oder wenn den anderen Hund das nicht interessiert, dann hol dir Hilfe. Schnapp dir einen Hundetrainer, sag, pass auf, das ist mir schon tausendmal passiert mit dem und dem Hund und kannst du mir helfen, dass wir da vorbeikommen. Oder aber, wenn das nicht funktioniert, dann melde das bitte beim Amt. Dann sagst du, wenn ich da in dem Haus vorbeigehe, bei dem Hof kommt immer der Schäferhund raus und der macht immer meinen Hund blöd an. Ich habe jemanden mitgenommen, der hat es aufgenommen. Ich möchte, dass das kontrolliert wird und dann geht das Amt dahin. Manche Leute lernen es nicht anders als über Schmerzen in Anführungsstrichen durch die Kommunen. So, Marvin hat auch noch für Sie die Beantwortung seiner Frage einen Supersticker geschickt. Danke, 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 danke. Habe ich gerne gemacht. Danke für deine Spende. So, letzte Frage, dann machen wir fünf Minuten Pause. Dann brauche ich einen Kaffee. So, Samtilein hat gefragt, wir haben in unserer Nähe eine Baustelle, weswegen bei uns die Vibration regelmäßig zu spüren ist. Also wahrscheinlich hier so Bodenrüttelplatten und sowas. Unsere Hündin Bonny, Schäferhund, Kangal, Akita-Mix, stresst das vor allem morgens extrem. Ratschläge. Öh. Ne. Was soll ich denn da so sagen? Also, ich weiß jetzt nicht, was das für eine Baustelle ist, dass dein ganzes Haus wackelt. Also, ich kann jetzt nicht sagen, was du gegen das Rüttel tun sollst oder ob dein Hund das Problem ist, dass dein Hund das mitkriegt oder nicht. Wenn das so laut und so doll ist, dass dein Hund das realisiert, dann kann das schon ein Problem sein. Also, ich kann jetzt nicht spezifisch auf dieses Rütteln eingehen. Was ich dir sagen kann ist, wenn du, wenn dein Hund das stresst und die unruhig wird und hechelt und das nicht versteht, ist das ja erstmal nachvollziehbar, weil dieses Wackeln im Boden oder dieser Krach aus Sicht des Hundes, aus Sicht von Mutter Natur, ist eher so Richtung Erdbeben. Das ist eine ernste Geschichte, nicht? Die weiß ja nicht, dass da vor der Tür einfach irgendein Trottel mit dem Presslufthammer arbeitet. Aber das ist ja, das wissen wir, wir wissen, dass das das ist und wir wissen auch, dass es irgendwann weg ist. Das heißt, ich würde dir wirklich, ich würde wirklich dir raten, versuch, versuch das zu überschminken, nenne ich das. Gegenkonditionieren oder umkonditionieren wären die fachlichen Begriffe dafür. Ich nenne es überschminken, weil es ein bisschen plastischer und bildlicher ist. Dein Hund fühlt sich unwohl, weil da irgendetwas ist und du machst jetzt einfach die wohlste Geschichte draus, die du kannst. Morgens, wenn die sich unwohl fühlt, weil draußen schon losgeht, dann holt die ins Bett, kuschelt die, holt die unter die Decke, sei nah bei ihr, mach einfach was Schönes, mach Glückshormone, positive Hormone, die du in den Körper reinbringst. Das sind nämlich die Gegenspieler für die Stresshormone, die dein Hund gerade hat. Und das wäre eine Möglichkeit. Du kannst auch sagen, okay, pass mal auf, immer wenn der Presslufthammer angeht, dann komme ich sofort mit der Leberwurstube und dann mache ich mal Schleckmatte und dann mache ich richtig coole Sachen, weil der Presslufthammer könnte dich eigentlich wirklich coole Sachen machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Es gibt da viele Möglichkeiten, die man in Frage ziehen kann oder wo man sagen kann, das könnte funktionieren. Das kommt aber letztlich auf den Hund an. Jetzt schreibst du Schäferhund, Kangal, Akita-Mix. Wenn die so ein bisschen nach dem Kangal oder Akita kommen, dann hat die auch gar keinen Bock auf irgendeine Arbeit. Dann kann das sein, dass du nichts machen kannst. Wenn da so ein bisschen Schäferhund drin ist, kann das auch sein, dass die gerne mitarbeitet. Das kann sogar sein, dass die ultra verspielt ist und Spielzeug voll geil findet. Und dann wäre es zum Beispiel auch eine Patent des Mittels zu sagen, pass mal auf, wenn es jetzt ein reiner Schäferhund wäre, würde ich sagen, draußen immer, wenn Krach ist und die Angst hat, holst du den Zerrseil raus und dann gibst du Vollgas mit dem Zerrseil. Das muss man ihr tausendmal oder tausendmal, zehn, zwanzig, dreißigmal halt vorher zeigen, dass das Spiel mit dem Zerrseil eine richtig, richtig geile Sache ist, weil da wird Endorphine, Dopamin, Glücksgefühle, dieser Jagdcocktail, von dem man immer so gewarnt wird, der wird dann da ausgeschüttet. Aber dieser Cocktail ist definitiv viel geiler, der im Spiel dann stattfindet, als der andere Cocktail, der da passiert, der im Hintergrund von der Baustelle passiert. Das heißt, da kann ich das einfach dazulegen und sagen, pass mal auf, scheißegal, dass das da vorne Stufe 2 doof ist, wir machen jetzt Stufe 8 geil, weil dann vergisst du das auch gleich und dann mache ich immer gute Sachen. Also mach was Schönes in den Situationen, wo es für sie unangenehm ist. Das funktioniert aber nur, wenn das Unangenehme in einem Bereich ist, dass dein Hund nicht zu extrem stresst oder nicht komplett hilflos wird. Ja, das ist ganz wichtig. Okay. So, zeigen wir nochmal ganz kurz den, uh, den, 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 super Chat vom Dampfwolf an. Danke für deine Arbeit, habe einige Trainer auf YouTube mir angeschaut, teile aber mit dir wirklich am meisten deine Philosophie. Das freut mich sehr, sehr gerne. Also, es freut mich sehr. Danke, nee, gerne gemacht die Arbeit um Gottes Willen. Ja, ich habe keine so richtige Philosophie. Ich bin echt so, es ist so schlimm, wenn die Leute sagen, hier, du musst jetzt so und das ist alles, es ist so kompliziert, ne? Ich mag das nicht. Ich mag das einfacher und bodenständiger, weil ich glaube, dass das sinnvoll ist. Aber ich finde es schön, wenn es euch hilft. Freut mich wirklich sehr. Danke für alle Chats und Spenden, die bis jetzt reingekommen sind. Danke auch für alle, die bis jetzt abonniert haben. Danke auch denjenigen, die jetzt bei Twitch schon dabei sind und posten und gucken und bei Twitch auch ihr Abo dagelassen haben. Finde ich richtig gut. Ein paar Abos noch und ein paar Stream-Minuten noch bei Twitch. Dann können wir euch auch damit weiterhelfen und ihr könnt jetzt auch da unterstützen. Das waren eine Menge Fragen jetzt erstmal. Es sind noch richtig viele übrig. Also, es wird doch kein zwei Stunden streamen. Wie immer wird es ein drei oder vier Stunden streamen. Aber ich ziehe die Fragen alle durch, die wir jetzt gesammelt haben. Ich muss nur eine kurze Pause machen. Ich muss mal einmal, ich habe eine Frosch im Hals und muss mir mal einen Kaffee machen. Oh, ich habe hier eine Mücke drin, ey. Richtig, richtig große. Genau. Das heißt, was wir jetzt machen, ich mache jetzt einen Pausenteil mal an. Warte mal. Zack, zack. Und dann könnt ihr kurz fünf Minuten Pause hören. Oh, Katharina Jakob hat eine Mitgliedschaft vergiftet. Wer hat sie gekriegt? Miriam. Herzlichen Glückwunsch, Miriam. Du bist jetzt quasi Mitglied. Du hast jetzt Zugriff auf die internen Posts und so weiter und so fort. Gleich nachher mal. So, pass auf, wir haben 20 nach acht. Dann lass uns, ich mache mal einen zehn Minuten Timer. Das heißt, für 20.30 Uhr. Ups. Zu früh weggeschaltet. Also, zehn Minuten Timer. Dann könnt ihr euch neues Popcorn holen. Habe ich ja eben schon gehört, dass ihr Popcorn erst. Ich mache mir einen Kaffee. Gucken wir, ob ich den Kloß im Hals loswerde und dann machen wir weiter. Und ja, ich freue mich auf Runde zwei. Bis gleich. Da. Bis zum nächsten Mal. 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 Einige Mal. Ja. Das kann ich nicht sagen. Ja. Bis zum nächsten Mal. So. So. Das könnte. Das könnte der Hauptpunkt sein. Warum. Bis zum nächsten Mal. Ja. unter dem Tisch. irgendwie. Ja. ist das ist. dieses. Ja. 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 da ist er ein paar Mal aufgepoppt und hab ein, zwei Videos von dem gesehen. Ich kann jetzt zu dieser Thematik da nix sagen. Ich hab nur letztens gesehen, dass er irgendwie ein Video gemacht hat von wegen Martin, wir müssen reden. Weil Martin wohl was zum Thema Jagdhunderausbildung gesagt hat, mit dem er nicht einverstanden ist oder mit dem er nicht d'accord ist oder wo er einfach andere Meinungen hat. Keine Ahnung. Kann ich tatsächlich nix zu sagen, Summer? Kann ich tatsächlich gar nix zu sagen, weil ich nicht weiß, was da los ist. Ich hab jetzt gerade eben auch mal geguckt, da gibt's jetzt ein Video, das ist 45 Minuten lang von dem Jagdhunderausbilder zum Martin, aber das beziehe ich auf den Podcast ja von vorher und so. Das ist schon mittlerweile so ein Ding. Müsste ich mich einfuchsen. Vielleicht ist das was, was wir im neuen Jahr mal machen. Marie kann's ja mal auf die To-Do-Nüsse schreiben. Jetzt aktuell kann ich dazu nix sagen, weil ich gar nicht weiß, worum's da geht. Also ich weiß, dass es um Jagdhunderausbildung geht. Und ich weiß, dass der Jagdhunderausbilder auch da ist jetzt völlig wertungsfrei und überhaupt nicht despektierlich oder oder falsch gemeint, der reagiert halt gerade auf andere Trainer und auf Videos von anderen Trainern. Aus seiner Sicht, aus seiner praktischen Sicht, aus seiner Erfahrung als Ausbilder für Jagdgebrauchshunde. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil wenn der da so ein, ich mach das jetzt mal ganz bildlich und flapsig, wenn der da so ein Deutschstrater hat, mit dem der arbeitet, damit der Jagdlicht geführt werden kann, dann hat der natürlich eine ganz andere Welt, als wenn zu mir jemand mit einem, keine Ahnung, Kita kommt in der Hundeschule. Also das kannst du nicht vergleichen. Aber ich hab ein Video gesehen, wo er reagiert hat auf ein anderes Video von einem anderen Trainer. Ich darf jetzt, und darf und will nicht sagen, von wem. Könnt ihr einfach bei ihm gucken. Und das Video von dem anderen Trainer fand ich auch furchtbar schlecht. Das fand ich schon schlecht, bevor der darauf reagiert hat, weil ich das schon vorher gesehen habe. Was einfach ganz viel Blabla ist und weil da ganz viel erzählt wird und der Hund macht genau was ganz anderes. Und das fand ich sehr geil, weil der Marco heißt ja, glaube ich, der Jagdhundersbilder hat halt gesagt, nee, der Hund macht gerade einfach was. Der hat halt genau das gesagt, was ich irgendwie drei Monate vorher schon gedacht habe. Also, ja, das ist schön. Also, das Reaction-Video fand ich nicht schlecht, weil das, was er gemacht hat, wie er darauf reagiert hat, ist, in vielen Punkten bin ich da auf seiner Seite. Aber zu der Martin-Rütter-Geschichte kann ich jetzt nichts sagen. Das müsste ich mir erst, ne, ja. So, Bernie, Bernie möchte wissen, hi, Dirk, bald zieht bei mir ein Welpe ein. Kannst du einen Hundetrainer in der Nähe von Nürnberg oder Fürth empfehlen? Ich würde gerne eine Schule mit ähnlichen Werten finden. Deine Videos sind super. Ja und nein. Also, der Philipp und die Nina, die Hundeschule hieß ursprünglich Fellnasen. Ich glaube, die haben sie jetzt umgenannt in Fairantwortung Hund oder so. Aber, ähm, findest du bestimmt noch, warte, muss ich jetzt mal gucken. Google, 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 Google? Äh, nee, warte, Google, musst du aufmachen. Was hab ich denn jetzt hier getippt? Fellnasen, Hundeschule, Amberg. Aber die sind nämlich in Amberg, das ist Hundeschule, Fellnase, doch, Amberg, nee, doch, Amberg, Amartal, das ist ja so einigermaßen in der Nähe. Vielleicht ist das was für dich, da kannst du dich gerne mal melden. Ich hab immer noch Kontakt mit denen, ich war im April, glaube ich, bei denen auf dem Seminar, wir wollten eigentlich danach nochmal einen machen, aber wie gesagt, Fuß und so, ähm, da bist du gut aufgehoben. Die Nina und der Philipp, die sind ein bisschen anders als ich, die machen ein paar Dinge anders, aber die sind schon sehr, 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 äh, nah dran, so. Da kann man hingehen mit seinem Hund, soweit ich das beurteilen kann, ich bin ja nicht oft da gewesen, ne, aber, ähm, ich weiß zumindest, dass, äh, oder sagen wir es anders, die waren auch mal bei uns lange zum Praktikum und ich weiß, dass die, dass die fachlich auch, ähm, versiert sind, dass die mit vielen Dingen umgehen können und dass die da offensichtlich eine gute, gute Geschichte machen grad. So, nächste Frage von Anonym. Hallo Anno. Äh, wie bringe ich einem Hund Wegtreue bei? Bäh, da muss ich jetzt erstmal fragen, was meinst denn du? Ähm, Wegtreue. Ich musste grad im Chat was lesen. Dampfwolf schreibt grad was zu diesem Video, das ich eben angesprochen hab, von dem Jagdhundeausbilder, der auf das andere Video reagiert hat. Guckt's euch an. Ich pflichte dem in so vielen Fällen zu, äh, was der da gesagt hat, weil das Video ist einfach nur ganz viel Blabla und nichts von dem, was da erzählt wird, passiert da auch wirklich in dem Video. Ist einfach nur viel Glitzer. Äh, so, ähm, Anonym. Wie bringe ich einem Hund Wegtreue bei? Na, das kommt ganz drauf an, was du als Wegtreue verstehst. Ich geh mal davon aus, weil, ne, was ist jetzt Wegtreue? Ich geh mal davon aus, dass du meinst, dass der Hund im Wald nicht den Weg verlässt. Also als Beispiel, ne, oder im Feld, im Feld, auf dem Feldweg bleibt. Da gibt's so viele verschiedene, äh, Ansätze von, äh, von immer wieder zurückrufen, bis hin zu ganz viel bestätigen, für auf dem Weg sein, bis hin zu, wenn du den Weg verlässt, gibt's Anschiss. Da gibt's verschiedenste Varianten und ich kann dir jetzt nicht sagen, was deine Variante ist und wie du das deinem Hund beibringst, weil ich gar nichts über dich weiß. Du hast mir weder geschrieben, was für einen Hund du hast, wie alt der ist, welchen Trainingsstand er hat, ich weiß nicht, wo du wohnst, ich weiß nicht, von was du genau redest, wenn du Wegtreue meinst. Kann ich dir leider so nicht sagen. Das sind zu wenig Infos, als dass ich da was zu sagen kann. Deshalb gibt's dazu auch jetzt so kein Video von mir. Und dazu kommt noch, ich bin kein Freund davon, das meinem Hund beizubringen. Also selbst wenn du jetzt gesagt hättest, ich hab einen Schäferhund, ich wohne da und so, ich hätte all diese Informationen, würde ich sagen, ich würd's ihm wahrscheinlich nicht beibringen. Weil, ganz einfach, entweder bin ich irgendwo und mein Hund kann frei rennen. Keine Ahnung. Im Wald und der kann gerne da raus, weil es ist kein Naturschutzgebiet und von mir ist keine Begrutungssetzzeit und es stört auch keinen und soll er halt, dann darf er halt auch. Oder aber ich bin irgendwo und der darf dann nicht weg. Dann kriegt er von mir ein Kommando. Dann kriegt er ein Fußkommando, muss er neben mir gehen oder ein Bei-mir-Kommando, bei mir heißt das Bei-mir, da war halt nur drei Meter von mir weg und schon kann er nicht vom Weg runter. Warum sollte ich dann noch ein anderes Kommando haben für du darfst nicht vom Weg? Aber das hatte ich auch. Ich war bei Philipp auf dem Seminar und da war auch eine, die sagte, ich möchte, dass der, immer wenn der Hund in den Wald gegangen ist, hat sie rausgesagt und er ist wieder auf den Weg gegangen. Also die hat einfach rausgesagt, hat ihn mit der Leine rausgezogen und dann hat er bestätigt. Und irgendwann hat das auch funktioniert. Aber ich brauche das halt nicht, weil das ist wieder ein Kommando mehr, dass mein Hund lernen muss und ich auch durchsetzen muss und ich am Leben halten muss mit Arbeit, das ich erreichen kann, indem ich einfach ein Kommando nutze, das ich jeden Tag nutzen kann, Fuß. Verstehst du? Also meine Hunde können weniger Kommandos, aber ich kann damit fast alles lösen, als Beispiel. Also ich bin keiner, der wegtreuer als Kommando arbeitet. Aber da gibt es total viele Wege und welcher der deiner ist, kann ich dir nicht sagen. Sahabi schreibt, Hallo, meine zweieinhalb Jahre alte CH-Schäferhündin, ah, Schweizer Schäferhündin, geht richtig ab, wenn sie Füchse riecht oder sieht. Ja, viele Hunde. Was kann ich tun, damit sie das nicht mehr so triggert? Wir haben jeden Tag Füchse im Quartier. Was heißt denn im Quartier? Äh, also, gerade hier um die Ecke. Also, äh, Füchse, muss man dazu sagen, stinken wie die Pest. Also die haben extrem intensiven Geruch, ich sag jetzt, stinken wie die Pest aus Hundesicht, riechen die sehr intensiv, das heißt, die können echt weit weg sein und die Hunde, die triggert das komplett. also Füchse sind wirklich ein, ein geruchliches, eine geruchliche Herausforderung, sagen wir es mal so. Ähm, und viele Hunderehe gehen auf, auf Füchse oder Wildschweine viel, 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 viel doller als auf Rehe oder Hirsche. Also, du gehst, du gehst als Beispiel, äh, du gehst in den Wald und du kriegst gar nicht mit, dass neben die Rehe sind, du bist zehn Meter weit, auf einmal rennen die über die Dingels. Aber, wenn Wildschweine in der Nähe sind, das riechst du, das riechen wir sogar schon und die Hunde auch, Füchse erst recht. Ähm, ich kann dir nicht genau sagen, wie, wie du das jetzt für deinen Hund hinkriegst. Also, das ist eine Schäferhündin, das macht es im Zweifel schon mal nicht mehr einfacher, weil die sind im Zweifel auch sehr, sehr, ja, äh, hm, triebig, nennen wir mal dieses fachliche Wort, äh, und reagieren da sehr stark drauf, ähm, kann ich dir, kann ich dir nicht sagen. Also, das klingt jetzt ein bisschen doof, dass ich ein paar Mal jetzt sage, kann ich euch nicht sagen, aber das ist, ich meine, das ist jetzt schon wieder so ein spezieller Fall, ähm, wir reden von Anti-Jagdverhalten, das generell schon ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema ist, aber dann nur auf gewisse Tiere und selbst dann, wenn sie nicht da sind, äh, das ist, also, da müsste ich den Hund sehen, da müsste ich den Hund in Aktion sehen, den Menschen in Aktion sehen, in diesen Situationen, wie die sich verhalten, wie findet die Kommunikation statt, weil das kann schon an der Kommunikation scheitern, das kann aber auch am grundlegenden Ausbildungsstand scheitern, also, wenn die, huch, bist du ein Gefallenhund? Hm, wenn die, äh, wenn dein Hund nicht mal sitzt oder Platz kann, ohne große Ablenkung, dann brauchen wir nicht über Anti-Jagd-Training nachdenken und so, das ist halt so ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, äh, und vor allem wieder so ein Nischenthema, also, Nische, weil es halt jetzt spezifisch diese Situation mit Füchsen in der Gegend ist, ähm, tu, keine Ahnung, so, dazu müsste ich dich kennen, müsste ich deinen Hund kennen, müsste ich deinen Hund gesehen haben, kann ich so nicht beantworten, das, und jeder, jeder Tipp, also, Jagd-Training ist auch echt, aber hier, schreib doch mal den Jagdhundeausbildern, klingt total doof, aber, nee, ähm, ich, ich bin, ich bin Pragmatiker, was Jagdverhalten angeht, äh, wenn ich kann, dann versuche ich das, hatte ich ja eben zum Beispiel erwähnt, bei den Tariern, äh, umzulenken in ein entsprechend sinnvolles, äh, verhalten, zum Beispiel Spielen oder, oder Bällchen oder Frisbee oder, äh, Reizangel, das kann bei manchen Hunden funktionieren, das kann auch beim Schäferhund funktionieren, ähm, wenn das nicht geht, ist ganz wichtig, auf jeden Fall ein guter Grundgehorsam, also, kann nicht sein, dass du sitzt im Platz daß und dein Hund diskutiert, wenn nichts los ist, dann brauchst du auch nicht davon ausgehen, dass er das macht, was du willst, wenn sein Endgegner der Fuchs in der Nähe ist, ähm, und im Worst Case, wenn, wenn halt solche Dinge nicht funktionieren, bin ich auch bereit dazu, einen Hund zu korrigieren, ne, dann kriegen die halt, dann gibt's von der Rappeldose über Wasserflasche, über verbale Korrektur, körpersprachliche Korrektur, reicht bei, bei weißen Schäferhunden reicht das schon, dass man sich eindreht und, und die körpersprachlich blockt, weil das meistens echt Weicheier sind, ähm, aber was da für dich der richtige Weg ist, du, sorry, kann ich dir nicht sagen, müsste ich sehen, müsste ich sehen, und selbst dann kann es sein, Verhalten ist nicht so, das, das kann man nicht so über einen Kamm scheren, das ist echt schwierig, wir reden davon, wir reden davon ganz, ganz, ähm, intensiven, tief verwurzelten Verhaltensweisen, die, in den Griff zu kriegen, nur mit den richtigen Vorzeichen, für den normalen Hundehalter möglich ist, ein Markupanten, ein Jagdhundeausbilder, der sieht das anders, und der kann das sicherlich anders lösen, aber der hat auch eine ganz andere Erfahrung, und vielleicht würde das auch bei mir nicht passieren, oder bei Alina nicht, oder so, aber auch wir haben eine andere Erfahrung, weil wir halt 20, 30, 40, 50 Hunde, äh, im letzten Jahr an der Leine hatten, mit denen wir gearbeitet haben, äh, ihr halt nicht, ne, und ich kenne eure Vorgeschichte und Erfahrungen da nicht, so, ey, wir haben einen, äh, Kommentar von Twitch, cool, guten Abend, schreibt die Evie auf Twitch, ich habe einen sechs Monate alten Chihuahua, und Schwierigkeiten, ihn mehr als ein paar Schritte am Stück Fuß gehen zu lassen, das tiefe Bücken zu belohnen, stört irgendwie immer den Fuß, den Fluss, Entschuldigung, habe schon am Targetstick als Hilfe, als Hilfe gedacht, aber dann muss das Lecker hier trotzdem noch zum Hund, ja, man muss vor allem immer auf den Stick fimmeln und dann darunter, äh, hast du Tipps, um so winzigen, äh, Hunden Fuß gehen beizubringen? Äh, erstens, Marie notiert sich das, das ist, finde ich, ist ein sehr, sehr, sehr gutes Video, Fuß mit kleinen Hunden, in dem Fall ist es ja nicht nur ein kleiner Hund, sondern ein winziger Hund, ähm, zweitens, für dich vorab, kurze Tipps, ähm, auch da gibt es verschiedene Varianten, aber wenn du es mit Leckerchen bestätigen willst, musst du dich zwangsläufig ein bisschen bücken, das hilft nicht, da gibt es gerade keine andere Variante, oder aber, ähm, du kannst, äh, etwas nehmen, das wir aus der Leinenführigkeit, aus unserem Leinenführigkeitstraining benutzen, nennt sich Fersengeld, als Beispiel, ähm, das wird jetzt, also das Ganze zu erklären geht jetzt zu lang, aber, du gehst mit deinem Hund ein paar Schritte Fuß, und der macht das gut, also du sagst Fuß, der geht zwei, drei, vier, fünf Schritte mit, sagst du super gut, klasse Fuß, was auch immer du halt sagst, und lässt hinter dir ein Leckerchen fallen, hinter dir, hinter deinen Fersen, das ist aber das Fersengeld, dann kann er sich das holen, dann verlässt er gerade zwar kurz das Fuß, aber du hast es ja bestätigt, und im Zweifel kann er dann auch mal einen kurzen Schritt, kein Thema, und dann, sobald der wieder in die Position gelatscht kommt, kommt wieder, das Kommando Fuß, gehst wieder zwei, drei Schritte, und so bringst du deinem Hund bei, dass die Leckerchen runterfallen, weil er sie gerne aufheben darf, aber dann das Kommando nicht vorbei ist, so, und dann wird halt aus drei, vier, fünf Schritten Fuß, wird dann irgendwann sechs, sieben, acht, neun, zehn Schritte Fuß, irgendwann zwanzig Schritte Fuß, bevor er das erste Leckerchen fliegt, bei kleinen Hunden bin ich ganz, ganz schnell dabei, und lass die auf den Boden fallen, am besten kann man das machen im Gras, weil sie dann nicht wegrollen, dann braucht man nur fallen lassen, dann fallen sie gut in die Position, musst aber Leckerchen nehmen, die die Hunde gut sehen, visuelles, also Gras ist grün, braune Leckerchen sind da ganz kacke, weil rot, grün, braun und so, sondern nimmst du irgendwie Käsewürfel, die fallen auf jeden Fall auf oder so, und da kannst du beim Chihuahua halt auch nur zwei Minuten machen, weil dann hat er sechs Käsewürfel gegessen und drei Portionen Abendessen, die er aussetzen muss, aber fallen lassen, fallen lassen, Fersengeld, entweder leicht hinter dich oder wirklich genau neben dich, nicht nach vorne, weil du willst das Fuß nach vorne begrenzen und nach hinten lieber ein bisschen lockerer haben, das ist bei kleinen Hunden auch, man darf das auch nicht vergessen, so ein kleiner Kerl, dass der neben dir läuft, ist für den Lebens gefährlich, im Zweifel, wenn du nicht aufpasst, dann drauf trittst du das, ganz viele kleine Hunde wollen nicht neben einem gehen, weil das ist, ne, da kommt immer der Fuß, das ist, beim Schäferhund ist das hier, das ist, das juckt den nicht, ja, also kleinst viele kleine Hunde, die haben auch bei mir, die dürfen bei mir viel weiter weg gehen und so, aber am Anfang viel bücken, viel bücken und dann mehr Schritte gehen, weniger bücken, mehr Schritte gehen, weniger bücken, das ist halt so oder fallen lassen, aber geiles Video, Fuß bei kleinen Hunden, ich glaube, das ist, hat so noch keiner gemacht, glaube ich, so, Batsch, Larry92, hast du Erfahrung mit den Bergen de Pyrenees, wenn ja, was ist deine Einschätzung, Meinung zu der Rasse, man findet leider nicht so viel dazu, aha, hm, so, Sekunde, ich muss mal ganz kurz, nicht, dass ich jetzt, ja, okay, es gibt ja Berger Pyrenees, Berger de, oh Gott, da gibt es so viele Varianten und zwei davon verwechsel ich, das ist einmal der Pyrenees und einmal der, äh, Pigadie, genau, der Pigadie ist der mit den, eher, äh, Spitzohren, Stehohren und der Pyrenees hat eher so Hängohren, ja, ähm, ja, ich kann dir jetzt nicht ganz genau, sagen, äh, oder kann dir nicht so viel dazu sagen, ich, wir hatten, glaube ich, drei oder viermal im Training, über die ganze Zeit, das sind eher seltene Hunde, ähm, aber die hatten alle eins gemein, also ich kann mich noch erinnern, die Alina ist ja auch im Chat, die kann sich auch noch dran erinnern, wir hatten so eine Dame mit einer schwarzen, ähm, Bergerhündin, die, die war auch richtig giftig, die hatte immer nochmal gezinkt und gezangt und gemacht und getan, ähm, die, die, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, ey, das weder wie die Frau hieß, wie der Hund ist, aber, ähm, letztlich war das, was die gemacht hat, alles nicht so wild, aber die Frau hat es halt nicht gut in den Griff gekriegt, über den Tag, ne, und das, das ist das Gleiche, was wir auch bei einem anderen Hund hatten, der bei uns longiert hat und der braucht viel zu tun und so und klare Führung, man vergisst bei diesen, bei diesen, äh, Bergerrassen, oder, nicht Mann, aber ich denke, dass, dass vielen nicht klar ist, dass das echt richtig, richtig, ordentliche Arbeitshunde sind, also es ist nix für, nix für ein bisschen rumgammeln, die brauchen im Zweifel ne klare Führung und ne klare Regeln und, und klare Kommunikation, aber dafür kannst du dann halt auch alles mit denen machen, ne, also die, die, die sagen halt auch nicht nein zu, ich komm, ich mach was mit dir, insgesamt fand ich die cool, äh, ne, nicht, meine ich Silberbeige und Chico, ähm, das war so eine schwarz-grau-melierte, lange, zottelige Haare, oh, und die hat den, die hat dann immer erzählt, dass die Hündin, ähm, andere Hündinnen, andere Hunde abgeschnappt hat und immer, wenn wir in der Hundeschule mit ihr waren, haben wir da einmal gesagt, lass das sein, dann hatte ich das wieder stundenlang nicht gemacht, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie die hießen, ähm, ja, der Hund, nein, nicht die Frau hatte Spitzohren und lange grau, nein, ich weiß es auch nicht mehr, das war so ein ganz, die hatte auch so einen ganz klassischen, typischen Hundemädchennamen, sowas wie Abby oder so, es war halt nur keine Abby, na egal, die haben mich ständig am Agafstadion getroffen, auch wenn, wenn wir da kein Training hatten, na egal, ähm, aber auch die hat das einfach unterschätzt, dass das ein Hund ist, der eine klare Struktur braucht, das ist und bleibt ein Schäferhundetyp, so, egal ob es der Pyranäe oder der Picardie ist, ähm, die, die, die sind, die, die, die haben ein bisschen Drive und die Rüden sind auch so ein bisschen grummelig eher so, ja, das, ähm, insgesamt ein cooler Hund, aber wird, denke ich, von vielen unterschätzt, sie sehen halt super hübsch und super cool aus, aber, äh, ja, ist und bleibt ein Schäferhund, coole Rasse, wenn man arbeiten will, wenn man Bock hat, wenn man, wenn man motiviert ist, wenn man ein bisschen Drive und Gefühl auch dafür hat, mit dem Hund zu interagieren und wenn man eine gute Hundeschule findet, dann, kann das ein super, 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 super geiler Hund werden. Okay, also Lari, ich hoffe, das hilft dir, viel mehr kann ich nicht sagen, weil ich kann sie an einer Hand abzählen, die wir hatten in all den Jahren. Manchmal sind das ja auch so Mischlinge, da weiß ich das nicht, ist das jetzt, ist das jetzt ein Vela, weil die erzählen das ja nicht alles, ne, oder ist das jetzt ein Berger Pyrenee oder Picardie oder ist das, äh, Gott, wie hieß denn, wie hieß denn der von Romy noch? Die hatte auch zwei, das war, oh Gott, da komm ich gar nicht auf Rasse, aber auch so in die gleiche Kategorie, sind Hunde mit ein bisschen Drive und Anspruch und eher so Richtung Schäferhund-Typ. So, Christine hat sich bedankt mit einem 5-Euro-Super-Sticker, sehr, sehr gerne habe ich da eine Frage beantwortet, Bria, genau, Bria ist auch so in der, in der Kategorie, die gehören alle für mich so in diese Zottel-Schäferhunde-Kategorie, ne, zottelige, langes Fell, ein bisschen, bisschen, bisschen größer, kräftiger und haben, müssen ein bisschen mehr machen. Ah, eine Bergerhündin, die ich hatte, die ist eingeschläffert worden. Die hat mehrfach das, die Tochter, ganz schlimm ins Gesicht gebissen und zwar nach, nach Jahren, also, aber das war, ich glaube, die war ernstzunehmend krank, der Hund, ja, aber, die allermeisten, ähm, glaube ich, sind eher so unterschätzte Hunde. So, jetzt kommt etwas, das weiß ich nicht, ob ich das als Frage identifizieren kann, hier sind vier Stück von einer Person, jetzt muss ich mal durchklicken. Jenny, Jennifer Alkenings, möchte wissen, er stellt fremden Besuch, wie kann ich das wegtrainieren? Jetzt kommen ein bisschen mehr Infos zu dem Hund. Äh, also, ein Mischling, Akita, Mali, Labrador, Malamut und russischer Hirtenhund. Okay, also, spätestens, wenn da mehr als zwei Rassen drin sind, ist das ein Mischling. So, da kann jetzt natürlich der Mali oder der Akita mehr durchkommen, das kann aber auch alles geraten sein, was da drin ist, äh, russischer Hirtenhund, was ist das schon, ne, also, das ist ein Mischling. Ich weiß aber immer noch nicht, wie alt der ist. Äh, Familie ist überhaupt kein Problem, da freut er sich total, aber fremde Menschen mag er so. Gar nicht, jetzt kommt der Rest, zwei Jahre und Rüde. Er stellt fremden Besuch, wie kann ich das wegtrainieren? Also, wenn der Besuch bei euch nach Hause kommt. Ähm, ich gehe mal wieder auf die erste Frage, ich glaube, das bringt es am besten. Also, wenn er die nur stellt und nicht mehr macht und da bellt und tralala und da passiert sonst nichts, gibt es da ganz viele Wege nach Rom. Es hängt auch hier wieder viel vom allgemeinen Ausbildungsstand und von Kommunikation und Beziehung und Erziehung ab. Also, ich mag das Wort Beziehung nicht so gerne, aber wenn dein Hund dich mit dem Arsch nicht anguckt, wenn du was sagst, dann wirst du das nicht einfach so in den Griff kriegen. Und wenn der den ganzen Tag macht, was er will und dir den Braten vom Tisch klaut, ohne dass er sich danach, ein schlechtes Gewissen hat, dann ist das nicht die richtige Grundlage, um das zu trainieren. Aber, das kann sein, dass man das mit einem Ruhe-Training hinkriegt. Das Video habe ich heute schon mal verlinkt. Das war Welpen zur Ruhe bringen. Das ist der erste Schritt, den ich da machen würde. Wenn du Ruhe suchst, Fremdenbesuch, ist dein Hund bitte in seiner Ecke, an seinem Platz angeleint. Da kann er nur zwei Meter weg und der Besuch kann in Ruhe reinkommen und dann gucken wir mal, wie es läuft. Vielleicht fährt er irgendwann runter, vielleicht beruhigt er sich irgendwann, dann kann der Besuch mal ein paar Leckerchen hinwerfen und vielleicht mag er dir irgendwann. Das wäre der erste Schritt oder der einfachste Schritt. Wenn das nicht funktioniert und der da nach einer halben Stunde immer noch sich aufregt, dann wird es auch durchaus möglich, dass ich sage, das kann ich korrigieren. Aber, meine Kaffeemaschine brödelt gerade wieder, aber das hängt halt am Hund und an dir und an so vielen Sachen. Wenn du in einer 30 Quadratmeter Wohnung wohnst, ist das was anderes, als wenn du ein Haus mit West- und Ostflügel hast. dann kann man anders trainieren. Also generell gilt, ich würde immer versuchen, es nett und positiv gegen zu arbeiten und zu überschminken und zu sagen, ich kontrolliere das, der ist hinten in der Ecke, da ist der angeleint oder ich halte ihn fest mit der Leine oder wie auch immer. Aber da in der Ecke, an seinem Platz, hat er einen gewissen Bewegungsradius, der nicht zu groß ist und alle anderen lassen ihn in Ruhe. Wir setzen uns hier vorne an den Tisch und können wir Kaffee trinken und ab und zu rollen wir ihm ein paar Leckerchen zu. So, das wäre der erste Schritt. Wenn das nicht funktioniert, wird er korrigiert. Und auch dazu habe ich mal ein Video gemacht, TGH 200. Aber in dem TGH 200, wo ich das mit dem Rocky mache, da ging es nämlich ganz genau darum, Menschen, die zu Besuch kommen, werden sofort angebildet. Das hat nur deshalb funktioniert und ich erwähne das in dem Video mehr als nur einmal, weil ich genau wusste, was das für ein Hund ist, weil ich den vernünftig einschätzen konnte, weil das eigentlich ein Schisserchen ist, der das nicht böse meint, weil der es nicht besser weiß, weil so viele andere Faktoren zusammenpassen und ich sagte auch mehrfach, mach das nicht einfach nur so nach. Also, Jenny, wenn du dir nicht sicher bist und die erste Variante mit dem Anleihen und zur Ruhe kommen und Leckerchen nicht funktioniert, dann bitte such dir jemanden, der sich das zu Hause anschaut. Du kannst es natürlich auch gerne einfach so selber nachmachen. Das kann aber auch nach hinten losgehen, denn es gibt auch Hunde, wenn du da noch Öl ins Feuer gießt, dann fahren die erst recht hoch und auf einmal hat dein Hund dann deinen Nachbarn gebissen, mit dem du trainierst und das ist doch alles, also da würde ich lieber mit dem Trainer sprechen im Zweifel, wenn du mir nicht sicher bist. So, Christian Lamonica. Hey Dirk, wie gehe ich im Ausland, zum Beispiel in Italien, mit Straßenhunden um, wenn sie auf mich und meinen Hund zukommen? Sollte ich auf jeden Fall den Kontakt vermeiden. Gute Besserung. Das ist schwierig zu sagen, weil das in vielen Ländern die Situation der Straßenhunde unterschiedlich ist und sogar in den Ländern ist es unterschiedlich. Als Beispiel, in Italien weiß ich zum Beispiel gar nicht, wie die Situation da ist, aber ich weiß es, wie es in Rumänien ist, weil ich da ja selber war und ich weiß es, wie zum Beispiel in der Türkei ist oder in Portugal oder in Spanien, weil ich das selber mitbekommen habe. Als Beispiel, rumänische Hunde werden dir in der Regel aus dem Weg gehen und vor dir wegrennen. Türkische Hunde, wenn du in einer gewissen Region bist, die liegen halt einfach mitten in der Einkaufszone auf der Straße und pennen. Und wenn es abends kalt wird, gehen die teilweise sogar in die Geschäfte und pennen da. Und die Leute finden das in Ordnung. Und da ist das natürlich ein anderer Umgang. Während spanische Straßenhunde, wenn du da irgendwo, keine Ahnung, auf Teneriffa oder irgendeiner Insel, nee, Teneriffa ist ja egal, aber irgendwie Mallorca oder sonst wo auf einer Insel bist mit deinem Hund, da kenne ich nämlich einen Kunden, der das immer hat, wenn da Straßenhunde dir entgegenkommen, die greifen dich ganz bewusst an. Also das ist unterschiedlich. Ich kann dir nicht sagen, was du machen solltest, weil ich nicht weiß, wie die Situation da ist, wo du hingehst. Aber generell muss man zwei Dinge verstehen. Erstens, keiner dieser Straßenhunde ist dir oder deinem Hund irgendetwas schuldig und im Zweifel seid ihr Konkurrenten in einer Situation, in der sie sich keine Konkurrenten erlauben können. Und dann werden die euch im Zweifel anbellen, angehen, angreifen. Gibt es. Also ich kenne auch eine Story, die waren mit ihrem Hund im Urlaub und sind ohne zurückgekommen, weil der dort gekillt worden ist von Straßenhunden. Leider auch. Aber das ist natürlich das Extrem und selten. Zweiter Punkt, und das ist viel wichtiger, in den allermeisten Ländern, in denen es Straßenhunde gibt, gibt es Krankheiten, die es hier für uns nicht mehr gibt. In Italien, Spanien, Portugal, Mittelmeerkrankheiten. Das sind ernstzunehmende, wirklich schlimme Krankheiten. Und wenn dein Hund dagegen nicht geimpft oder abgehärtet ist, kann das tatsächlich sein, dass das ein richtig, richtig, richtig großes Problem für ihn wird. Es gibt in anderen Ländern, fängt schon Österreich, Schweiz an oder hier Tirol, Italien, da gibt es Zecken, die einfach noch, ey, solche Viecher gefühlt und die noch schlimmer und ansteckender und gefährlicher sind, weil sie noch mehr Krankheiten, Bakterien und so weiter. Also aus gesundheitlichem Aspekt würde ich versuchen, mit meinem Hund Straßenhunde zu vermeiden. Weil das am wenigsten schlimmste, was er bekommen kann, sind Löseflöhe oder irgendwas. Aber es können halt auch Krankheiten sein, mit denen du dann nach Hause kommst und mit der richtigen Probleme hast. So eine richtig schlimme Scheißerei, die er sich da gekriegt hat. Oder Grabmilben. Monate wirst du nicht rausfinden, warum dein Hund keinen Fell mehr hat. Und gehst zum Arzt und gibst hunderte Euro aus und tralala und kratzt dich dumm. Also versuchst zu vermeiden, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Und wir hatten das eben, was mache ich, wenn Hunde mich angreifen? Da reicht meistens, gerade bei Straßenhunden, reicht deutlich und laut. Aber ich kenne auch andere, die Marie zum Beispiel, die ja hier die Fragen sammelt und immer mit uns hier mitarbeitet. Das ist eine Mitarbeiterin, die war mit ihrem Freund ein Jahr lang mit dem Wohnmobil unterwegs. Die haben in super, super vielen Ländern Straßenhunde gesehen und die hat auch ganz oft Dinge erzählt, dass die Hunde da total relaxed sind. Also die hat keine Horror-Stories erzählt, von wegen, unsere Hunde sind von Straßenhunden angegriffen worden. Aber vielleicht hat sie auch einfach Glück gehabt. Vielleicht ist es an den Hunden von ihr oder an anderen. Aber ich würde gesundheitlich, gerade wegen den Mittelmeerkrankheiten und Zecken und Flöhen, Läusen und sowas, würde ich einfach einen Bogen ums Straßenhunde machen. Wenn ich meinen Hund dabei habe. Aber, ja. So, Flami, nee, nee, nicht Flamingo, Flamgio. Achso, Flamgio. Ich habe meiner 13-jährigen Jörg-Shotterrierin beigebracht, den Dummy in die Hand zu geben, bevor sie den Beutel in die Hand gibt, schnappt sie so leicht in die Hand. Kannst du dir erklären, warum? Äh, nö. Aber, ich meine, die ist 13, ne? Und du hast deine Finger noch. Da würde ich gar nicht drüber nachdenken. Also, da würde ich jetzt, ne? Ich meine, die ist 13. Klar, kann jetzt sein, wenn die sinier wird, dass die aus Versehen mal Dollar zutackert und das dann auch wehtut. Aber, ähm, mein Gott. Das kann Zuneigung sein, das kann Grooming sein, das kann Übersprung sein. Aber, wenn da nie was Schlimmes bei passiert ist, dann, mein Gott, lass es halt so. Das ist zum Beispiel ein Thema, ein Thema, das ich überhaupt nicht verstehe. Ein Thema, das ich gar nicht verstehe im Hundetraining ist, wenn, wenn es Dinge gibt, die unsere Hunde machen, die wir vielleicht selber nicht verstehen, die, die vielleicht irgendwie gesellschaftlich nicht in Ordnung sind, aber sie einfach uns nicht stören oder aber auch niemanden anderen stören. Warum muss ich das versuchen, wegzutrainieren? Das ist doch totaler Hubbuck. Also, als, lass es. Lass es halt einfach, wie es ist. Wenn es dich nicht stört und keinen anderen stört, dann ist doch alles okay. Selbst wenn es dich ab und zu stört, aber sonst keinen anderen, ist doch auch noch okay. Also, und, und, wir hatten das ja auch, alter Hund, ne? Deine Maus ist 13, hast du jetzt geschrieben. Gott, gut, das ist eine Jockeyhündin, ne? Die kann auch noch 17 werden. Also, ne, ich meine, die spielt Dummy mit dir, du hast deine Finger noch, alles gut. Flamgeo, lass sie so machen. Ich weiß nicht, warum, und das Warum ist eigentlich auch egal, weil, wenn es dich nicht stört und andere nicht stört, brauche ich weder das Warum-Wissen, noch muss ich mir Gedanken machen, wie ich es wegkriege. Meine Meinung. So, Dampfwolf hat schon wieder, schon wieder, bald ist der Silvester. Wenn die Tage vor und nach Silvester beim Gassi-Ging geknallt wird, soll ich auf meinen Hund eingehen oder einfach weitergehen und so tun, als ob das kein Ding ist? Oh, Dampfwolf, da gibt es unterschiedliche Das kann beides richtig und falsch sein. Wir machen ja morgen noch einen spezifischen Stream zum Thema Silvester. Da wird die Frage sicherlich auch nochmal kommen. Das kommt drauf an, wie dein Hund reagiert. Aber in den allermeisten Fällen ist zumindest mal eine Grundregel wichtig und richtig. Wenn dein Hund panisch wird und hektisch wird, ist es besser, wenn du ruhig bleibst. Also, wenn, ein Beispiel, das ist ja mal nicht Silvester. Wir haben Hunde in der Huta gehabt, die haben panische Angst vor Zügen. Aber jetzt sind wir da mit 50, 60 Hunden und wir Menschen auch und jeden Tag fährt da ein Zug vorbei. Mehr als nur einmal. 5, 6, 7, 10, 20 Mal. 30 Mal. Und irgendwann haben die keine panische Angst mehr vor Zügen. Weil halt A, nichts passiert, weil die Züge immer vorbeifahren und B, und es eine gewisse Wiederholung gibt, und B, keiner der anderen Hunde ein Problem damit hat. Wenn alle Hunde so reagiert hätten, alle wären panisch, jedes Mal, wenn Zug kommt, rennen alle auf die andere Seite der Wiese und setzen sich da hin, würde das bei keinem weggehen. Selbst wenn nichts passiert und die genug Wiederholungen haben. Aber weil es halt 49 Hunde gibt, die sagen, Zug, ja, ist laut, aber sonst nichts. Und ein Hund, der halt Angst hat, der wird sich ganz, 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 ganz oft danach umgucken und sagen, hör, wieso stolzern die das alles nicht? Und dann wird das irgendwann besser und besser und besser. Ja, in den allermeisten Fällen. Und das kann auch bei Silvester für unsere Hunde eine Hilfe sein, wenn wir einfach cool und ruhig bleiben. Das heißt nicht, dass ich nicht darauf eingehen will. Das heißt auch nicht, dass ich nicht empathisch mit meinem Hund umgehen will und sagen will, hey, ist alles cool. Ja, also als Beispiel. Ich muss einen Hund holen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir ihn mal getauft hatten. So, wenn jetzt Hundi hier, wenn jetzt Hundi hier Angst hat, an Silvester, dann ist es nicht sinnvoll oder anders. Angst, Panik, Unruhe, Stress. Das sind Gefühle, die mit negativen Hormonen zusammenhängen. Ja, Stresshormonen. Der natürlichste Gegenspieler von Stresshormonen sind Glückshormonen. Das hatten wir eben schon. Das vibriert zu Hause, mach's was Cooles. Das ist natürlich bei so extremen Stressen wie zum Beispiel Silvester sehr, sehr schwierig. Aber was vielen Hunden helfen kann und wenn es auch nur ein paar Prozent sind, ist, dass ich zumindest da bin, dass ich ihn körperlich mal berühre. Weil das hier in den Arm nehmen oder streicheln, schüttet Glückshormone aus. Für jeden Hund unterschiedlich. Es gibt Hunde, die sind super körperlich, die mögen das. Es gibt Hunde, die finden das richtig ätzend und haben da gar keinen Bock drauf und gerade in der Situation können die das nicht gebrauchen. Aber den meisten Hunden hilft das und da schüttet es Glückshormone aus. Was du nicht machst, ist, hey, ist doch alles gut. Jawohl. Dann schraubst du den nur hoch. Dann kommt mehr Energie rein. Was du auch nicht machst, ist, hey, hey, musst du keine Angst haben. Weil dann machst du die Situation wieder besonderer als sie ist, weil du dich auf einmal anders verhältst. Was du machen willst, ist, dass du cool bleibst, dass du du bist, dass du alltäglich bist, dass du dich normal verhältst und trotzdem eine kumpelhafte körperliche Kontaktgeschichte hast. Also nicht so wie so ein nasser Waschlappen, so, auch nicht so, ja, sondern an der Brust, an der Seite, ja, das sind Bereiche, wo, wo, ne, Tellington Touch und so, es gibt so gewisse Bereiche, da fühlt sich das besser an, wenn man berührt wird, ne, also das, was dir jetzt zwei Zeug angehört. Ja, was du dann machen willst, ist sagen, hey, alles ist gut. Bin doch da. Ja, mit ein bisschen Körperkontakt, mit ein bisschen Kraft, mit ein bisschen Intensität, eine langsame, beruhigende Körperkontakt anbieten. so ein bisschen, stellt euch mal Folgendes vor, ihr fühlt euch nicht gut. Ihr fühlt euch nicht gut, ihr seid traurig, weiß, weiß ich, irgendwas ist passiert, ja, wenn euch jetzt jemand in den Arm nimmt, dann brechen meistens die Dämme, aber wenn euch jetzt jemand in den Arm nimmt, dann tut es euch gut, wenn das eine gewisse Intensität hat. Wenn euch jemand in den Arm nimmt, als wärt ihr selbst aus Zuckerwatte, dann ist das nicht viel wert. Wenn euch jemand in den Arm nimmt, ich bleibe die Luft weg, dann ist das auch nicht, aber es muss euch einer mal herzlich kumpelhaft in den Arm nehmen, das tut gut. So, endlich mal eine Nicht-Hunde-Frage, ich habe ja gesagt, heute sind alle Fragen erlaubt. Wie läuft es mit dem Baby, was sagt der große Bruder zu seiner Schwester? Näh, ähm, Kim ist jetzt, wird jetzt fünf Monate alt. Jetzt kommt, jetzt kommt eine, ah, da wird Alina jetzt gleich auf die Barrikaden gehen. Alina hat zwei Mädchen, ich habe jetzt einen Jungen und ein Mädchen. Kim ist, im Vergleich zu Darian im gleichen Alter, eine, eine Wolke. Wenn die schreit und heult, nervt auch und ist auch laut, aber ist eine ganz andere Intensität. Nee, die ist super cool, die ist super süß, die fängt jetzt an, Sachen festzuhalten, die immer, wenn sie mich sieht, dann grinst sie. Aber die ist einfach, die ist einfach viel einfacher als Darian. Alina, ach Alina, Christine kann die weglegen, im Auto zum Beispiel in Maxi-Cosi packen, heult sie mal, wenn sie müde ist, aber ansonsten guckt sie ein bisschen um, spielt so ein bisschen und beschäftigt sich eine halbe Stunde mit sich selbst. Das war bei Darian nicht möglich. Wenn du den weggelegt hast, hat er gesagt, ah, die Welt geht unter. Und dann wie so hier, keine Ahnung, der ist knallrot geworden, wie bei Dragon Ball Z, wenn er zum Super Saiyajin wird. So war das bei Darian. Super laut und super anstrengend. Und Kim ist ein ganzes Stück angenehmer. Er ist eine echt süße Maus und Darian verhält sich super mit ihr. Also der, morgens, wenn die aufstehen, kann das sein, dass Christine teilweise schon ins Bad gehen kann, kann sich mal ein bisschen frisch machen und Darian, bringt der Kim dann immer Sachen und dann redet er mit ihr und sagt, hallo Kim und so. Natürlich geht er auch hin und schmeißt mal irgendwelches Spielzeug in ihre Richtung und trifft sie und so, aber das meint er alles nicht böse. Nee, das läuft eigentlich gut. Also ich mach mir da, mach mir da keine Sorgen. Ich hab das eben schon mal gesagt am Anfang des Streams, Christine hat halt echt viel, 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 kann nur den imaginären Hut von meiner Frau ziehen, was die gerade auf die Beine gestellt hat in der Zeit, wo ich nichts arbeiten konnte und so blöd das jetzt auch ist, dass ich Weihnachten natürlich ohne die Kids und ohne meine Frau verbringe. Für sie ist es gut, dass wir das so gemacht haben, dass sie rübergefahren ist zu ihrer Familie, rübergeflogen ist zu ihrer Familie, weil da hat sie jetzt ein bisschen Unterstützung, Oma und Opa und ihre Schwester und so und der Kleine ist auch mal ein bisschen abgelenkt. Ich kann ein bisschen durchatmen und Christine kann ein bisschen durchatmen und das ist gerade für uns beide sehr wichtig, aber ja, ich, die kleine Maus ist super süß, ja, ist cool. Ich freue mich schon drauf, wenn die das erste Mal mit einem Freund nach Hause kommt. Das wird das Geilste, weil, boah, alles, was, alles, alles, was an Stress, den die Jahre angesammelt hat, lasse ich dann an dem ersten Freund aus. Einfach nur, einfach nur blöde Fragen stellen und so, das wird schön. So, CR möchte wissen, Hi, wie sieht es rechtlich aus, wenn ein anderer Hund oder ein anderer Hundehalter meinen Hund verletzt? Für mich ist es klar, wenn meiner Missbaut muss ich dafür gerade stehen. Ja, und das ist rechtlich genauso. Da gibt es gar keine andere Meinung. Es ist nur schwierig, das im Zweifel nachzuweisen. Es ist immer so eine Sache zwischen versicherungsrechtlich und generell rechtlich. Generell rechtlich ist es so, dass du als Halter für deinen Hund verantwortlich bist, egal was der tut. Generell rechtlich. Also, wenn ich jetzt einen Hund habe und ich gebe den jetzt zu Alina, weil ich am Wochenende wegfahre und dieser Hund, Alina geht mit dem Spazieren, beißt auf den Spaziergang irgendwen anders, dann bin ich erstmal als Halter dieses Hundes, als tatsächlicher Eigentümer dieses Hundes dafür haftbar. Und ob dann Alina versicherungsrechtlich dafür, oder ob meine Versicherung das abgreift, weil Alina da war, ob das nicht fahrlässig war oder nicht, das ist wieder eine andere Geschichte. Also, versicherungsrechtlich, das ist immer schwierig, weil Versicherungen versuchen natürlich jede Kleinigkeit auszuklammern, damit sie nicht bezahlen müssen, aber generell, wenn dein Hund einen anderen verletzt, bist du dafür haftbar. Deshalb ist eine Hundehalterhaftpflicht Pflicht. Pflicht. Punkt aus Ende. Weil, klar, mein Hund beißt einen anderen in die Nase, 300 Euro. Okay, das kriegen wir alle noch irgendwie hin, auch als Student kann ich das bezahlen. Aber kann es anders laufen. Mir fällt die Leine aus der Hand oder mein Hund, meine Leine geht kaputt, mein Hund rennt auf die Straße, vier Autos fahren ineinander, riesengroßer Verkehrsunfall, riesengroßer Schaden, mehrere hunderttausend Euro. Dann bin ich ruiniert. Dann bin ich ruiniert. Fertig. Deshalb ist eine Versicherung Pflicht. Hundehalterhaftpflicht. Es ist eine reine Gefährdungshaftung. Du hast entschieden, dieses Tier in unsere Gesellschaft zu holen. Deshalb bist du dafür haftbar. Punkt aus Ende. Fame möchte wissen, hey, wie kann ich einem Jack Russell beibringen, alleine zu bleiben, ohne alles zu zerstören? Du kannst ihm gut alleine beibringen, aber du kannst ihm ganz schlecht beibringen, nichts zu zerstören. Der Jack Russell, der muss was kaputt machen. Aber in der Konstellation ist das natürlich ungünstig. Habe ich heute schon mal verlinkt. Ich fange mit dem Alleinebleiben immer so an, dass ich mit dem zur Ruhe kommen, zu Hause mit einer Anbindeverrichtung arbeiten. Man kann auch mit der Box arbeiten, man kann auch mit dem Hund zurückschicken und körpersprachlich eingrenzen. Ich mache es mir einfach. Schau dir einfach das Video an, Hund zur Ruhe bringen oder Welpe zur Ruhe bringen bei mir im Kanal. Da erkläre ich die ersten Schritte, und wenn man dann das erste Mal geschafft hat, dass der Hund zu Hause ein Stündchen auf seinem Platz bleibt, weil er da mit der Leine auch einigermaßen begrenzt ist und man kann mal in den Keller gehen, Wäsche machen und so, dann kommt der Rest von der Leine. Das ist der erste Schritt. Und das ist egal, ob es Jack Russell ist oder nicht. Und wenn das dann so ist, nächster Punkt, das habe ich bei der Sheila damals auch gemacht, mit der ich das Video aufgenommen habe, wenn ich dann sehe, die fangen an, an Dingen rumzunagen, an der Leine, an der Couch, dann muss ich halt meinen Ort entsprechend wählen und vielleicht die Vasen auf Seite tun und die Blumen und dann bringe ich der einfach ein Stück Rinde oder ein Stock von zu Hause mit oder ein olles Spielzeug, das ich kaputt machen kann. Die Gaia, als sie klein war und ich mit ihr trainiert habe, hat die immer ständig mit meinen Schuhen gespielt und ich hatte so zwei uralte Galoschen, die eh schon in alle Richtungen auseinandergegangen sind. Hat die halt meinen Schuh. Dann hat die halt meinen Schuh kaputt gemacht, aber der war eh schon im Arsch eigentlich. Der hätte schon dreimal in die Tonne gewusst. Also dann bringe ich meinem Hund irgendetwas, das er kaputt machen kann, wo er das dann ausleben kann und dann löse ich das auf beiden Seiten. Muss man den Hund immer schnüffeln lassen denn, auch da bin ich sehr pragmatisch, wenn es dich nicht stört und du die Zeit und die Ruhe hast, dann lass deinen Hund gerne schnüffeln. Das macht eure Beziehung nicht schlechter oder dadurch wird er nicht die Weltwirtschaft haben wollen. Aber wenn du weiter willst, dann sagt er dem Hund, ich möchte weiter, dann zählst du innerlich bis drei und dann gehst du halt. So, fertig, aus. Also wenn es halt nicht geht, geht es halt nicht und wenn es geht, dann geht es halt. Ja, also zeitlich. Was ich nicht gut finde ist, ich gehe irgendwo hin oder gehe spazieren, und das seht ihr, wenn ihr mit dem Autofahrt durch die Stadt geht, andere Hundehalter seht, seht ihr, echt fast jeder macht das. Der Hund schnüffelt irgendwo, die reißen sofort an der Leine, ziehen ihn weg und gehen weiter. Das ist nicht fair, weil der Hund hat keinen, der Hund weiß ja nicht, wann ist es für mich okay zu schnüffeln und wann nicht und wann darf ich das und wann nicht. Das heißt, ich als Mensch muss kommunizieren. Mein Hund bleibt stehen und schnüffelt irgendwo und dann sage ich, hey, weiter und dann gehe ich. Weil dann hat er ein drei Sekunden Zeitfenster zu reagieren, zu sagen, ach so, jetzt geht es nicht, sorry, ja okay, ich komme. Weil wenn er dann kommt, dann kann ich es wieder bestätigen, dann kann ich positiv sagen, guck mal, geht doch, sehr gut, komm, wir können es ein Leckerchen und dann geht es wieder. Aber nicht nur, weil der Hund gerade schnüffelt, gleich so, ey, du sollst weitergehen. Das ist, als würde ich sagen, abonnieren, da hast du keine Chance, das richtig zu machen. Ich sage, abonnieren oder Backpfeife. Also, könnt gerne abonnieren. So, 360 Sub7. Ein Bekannter hat einen kastrierten Ridgeback, 18 Monate. Wenn dieser korrigiert wird, fängt er im Extremfall an zu beißen und will sein, wenn er sein Willen nicht bekommt. Wo ansetzen? Yo, nicht im Internet. Such dir einen Trainer, der damit Erfahrung hat. Das ist ein Ridgeback, das ist ein großer Hund, das ist ein Hund, der dazu neigt, im Zweifel hochzufahren. Ich habe das ja eben gesagt, es gibt Hunde, wenn du da mehr Energie reinbringst in die Situation, ist das wie Öl ins Feuer gießen. Wenn du oder dein Kollege oder dein Kumpel oder dein Bekannter, wenn ihr versucht, das im Internet zu lösen, dann macht ihr was falsch. Sei mir nicht böse, dass das jetzt so sagt. Ich kenne dich ja nicht und ich möchte dir auch gerne helfen, aber das fahrlässig, wenn du es über das Internet machst. Weil der ist jetzt 18 Monate alt. Der ist jetzt in der Pubertät. Jetzt ist das noch lösbar. Wenn ihr das jetzt verkackt, ich vereinfache das jetzt, wenn ihr das jetzt verkackt, in anderthalb Jahren, dann wird das richtig, richtig, richtig schwer, daraus zu kriegen. Der Ridgeback ist kein Spaß, im Zweifel. Wenn die kernig sind, wenn die ernst sind, die rüden, dann hol dir einen Trainer, der damit klarkommt. Und das ist jetzt auch nicht böse gemeint meinen Kollegen oder Kolleginnen gegenüber. Da kannst du einfach nicht zu jeder Hundeschule gehen. Da kannst du nicht zu jeder Hundeschule gehen. Da musst du einfach, musst du hingehen und die Hundeschulen abtelefonieren und sagen, pass auf, ich habe einen Ridgeback, der wiegt 45 Kilo, der hat folgendes Problem. Das ist schon ein bisschen ernster, meiner Meinung nach. Können sie mir da helfen. Und dann werden die allermeisten schon sagen, ah, nee, also, wenn der 40 Kilo wiegt, die Melanie könnte mit dem nicht trainieren. Die wiegt ja selber nur 40 Kilo. Also eine Trainerin bei mir. Ich kann das vielleicht schon eher. Also, körperlich, rein körperlich, jetzt von der Kraft. Also, bitte, 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 unterschätzt das nicht, macht das nicht im Internet. Nachher passiert deinem Freund was, dir was oder einem Fremden, dann seid ihr einfach nicht glücklich und ihr verliert den Hund und weißt ja gar nicht, was am Ende noch passieren kann. So, Viktoria Schöning möchte wissen, hallo mein Jorki, 14 Jahre, boah, da haben wir eine Menge, alte Hunde. Mein zweite Terrier, nee, dritte Terrier, der so alt ist. Hallo, mein Jorki Terrier, rüde, 14 Jahre, hat tierische Angst vor Baden in der Badewanne und weigert sich extrem. Was kann man da machen? Stecke ich nicht mehr in die Badewanne. Er ist 14, das hatten wir eben schon. Aber in der Badewanne gibt es viele Möglichkeiten. Was du gut machen kannst, ist, schau, dass es nicht rutschig ist. Es gibt so Badewanne, Matten aus Gummi, die nehmen schon mal viel Problem weg. Das ist, ne, diese Rutschigkeit. Wenn man sowas nicht nehmen kann, dann ist auch gut, wenn man die Badewanne einfach nur so Zentimeter, fünf Zentimeter voll macht und ein Handtuch reinlegt, das auf dem Boden liegt. Durch das nasse Handtuch ist das auch nicht mehr so rutschig. Und dann, ähm, positiv anfangen. Wenig Wasser reinsetzen, ein bisschen Leberwurst. Ja, wir hatten auch mal so eine, hatte ich, glaube ich, in irgendeiner Geschenkbox mal gekriegt von TuffCookie, so eine Schleckmatte, die kannst du an der Wand kleben. Die haben so Saugnöpfe, klebst du an die Wand, streichst du mit Leberwurst ein, setzt deinen Hund hin und kann das ablecken. Und wenn du einen verfressenen Hund hast und der Bock drauf hat, dann kann man damit schon sehr viel erreichen. Wenn du sagst, okay, der hat jetzt wirklich tierische Angst und der ist 14, jetzt überlege ich mal. Wenn es wirklich um Angst geht, dann reden wir von ein paar Monaten Training. Sagen wir mal drei, vier, fünf, sechs Monate. Willst du dem das in dem Alter noch zumuten? Weil wenn der wirklich tierische Angst hat und Panik kriegt, kann der auch einen Herzkasper kriegen. Ganz plack, 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 also wenn es nicht sein muss, dann mach es halt einfach so nicht. Dann nimm dir wirklich einen großen Waschlappen. Es gibt auch so richtig dicke, fette Waschlappen. Es gibt zum Beispiel so Autowaschlappen. Das sind mehr oder weniger Schwämme. Die kannst du richtig pitsche-patsche-nass machen. Dann musst du ihn nicht in die Badewanne setzen, sondern dann gehst du mit ihm auf die Terrasse und machst das da oder holst dir so eine, einfach so eine Gummimatte. Also das ist dann, ich nehme jetzt mal mein Mauspad, aber es gibt das so als Gummimattenunterlagen. Das sind dann so große Gummimatten, sowas wie das hier, mit einem Rand von einem Zentimeter. Und da stellst du sie drauf und dann machst du es mit dem Waschlappen. Und alles, was er runtertropft, landet auf der Gummimatte. Weil die kann man halt vorher schon in Ruhe positiv machen und so. Dann ist der Stress vielleicht nicht mehr so hoch. Also mit so alten Hunden würde ich nicht mehr so Anti-Stress-Angst-Training machen wollen. Vivian fragt, sind Rüden von Natur aus oft erst mal skeptisch, was andere Rüden angeht, sprich Knurrenkörperhaltung aufrichten und erst mal hört die Frage auf. Aber das reicht mir schon. Ja, die meisten. Also viele. Ob das jetzt eher eine ängstliche Verhaltensweise ist oder eher so eine prollige, eher so ein Konkurrentending oder so, das ist erst mal egal. Aber generell kann man sagen, Jungs untereinander, und da sind Zweibeiner und Vierbeiner gleich, und Mädels untereinander, das ist einfach anders. Also das kann man als Mann, zweibeiniger Mann, besser nachvollziehen vielleicht als als Frau. Also es ist so, dass Testosteron und das ist normal. Das ist normal, dass der nicht auf fremde Rüden, vor allem wenn dein Hund jetzt ein erwachsener Rüde ist und da kommt ein erwachsener Rüde, dann gehen die nicht aufeinander zu, sagen, hey, wo kommst denn du her? Wo bist du auch in der Ecke? Sondern erst mal so, hey, wer bist du eigentlich? Kannst du auch von erst, also, was machst du in meinem Revier? Da gibt es, es gibt ganz viele, ich habe ganz viel, jetzt als ich krank war wegen dem Fuß, ganz viele Podcasts über Verhaltensweisen bei Menschen auch mir angehört. Und es gibt zum Beispiel, gibt es so Kleinigkeiten. Männer, Männer, wir Männer, stehen ganz selten wirklich gerade zueinander. Wir stehen immer abgewandt voneinander. Ja, weil, psychologisch gesehen, vielleicht dieses gerade zueinander stehen, ist eher so eine bedrohliche Geschichte. Während Frauen ganz andere, also, und solche, solche Kleinigkeiten sind auch bei Rüden untereinander eher ein Thema. Rüde geht auf eine Hündin einfach anders zu. Also, ja, Rüden untereinander sind skeptischer, haben nicht so viel Bock auf, das ist nicht ungewöhnlich. Aber, das ist auch nicht so schlimm, solange die nicht mehr draus machen. Wenn dein Hund immer so auf andere zugeht und dann gibt es immer gleich Keilerei, da muss man halt was machen. Aber, wenn er so auf andere zugeht und dann sagt, ha, du bist auch nett, du bist auch nett, dann sind beide nett, okay, dann ist auch alles okay. So, Speckelfe, einer der geilsten Namen, haben wir schon mal gehabt. Warum wälzt sich mein Jagdhund so oft in Fuchsgut oder auch an frisch geschlagenen Bäumen? Meckern hilft nicht, sie ist wie eine Sucht, vor drei Monaten fast täglich. Oh, da gibt es total viele Theorien. Da gibt es Theorien wie, mein Hund wälzt sich im Eichhörnchen, im Plack gefahrenen Eichhörnchen, damit er nach Eichhörnchen riecht und sich näher an Eichhörnchen ranpischen kann. Ne, solche Theorien gibt es da wie Tausende auch. kann ich dir nicht sagen. Also, weil da gibt es Ideen und Gründe noch und nöcher. Die Gaia hat sich immer, nachdem sie läufig war und keinen Bock mehr hatte auf Rüden, hat die sich in den schlimmsten Sachen gewälzt. Meistens toten Fisch am See. Boah, die hätte da so gestunken danach. Das kannst du denen, oder richtig schlimme Scheißhaufen. Aber immer nur nach der Läufigkeit, wenn sie wirklich fertig war mit den Stehtagen. Könnte natürlich für uns sein, oder unsere Erläuterung war, die wollte halt einfach sagen, okay, Jungs, jetzt reicht's. Guck mal, wie ich stinke, jetzt bin ich fertig. Keine Ahnung. Also, klingt total blöd, aber es ist ja auch egal, warum er das macht. Wenn du es nicht gut findest, musst du dran arbeiten. Zweifel, Leine dran und wegholen früh genug. Oder aber, was gut hilft, nichts sagen, wenn die sich wälzen, dann hinschleichen und dann kurz vorher, gehst du jetzt aus dem Gacki, rauchen raus. Also wirklich mal so ein bisschen erschrecken und verscheuchen. Ja, das hilft meistens besser, als auf Entfernung schon brüllen. Nein, lass das. Sondern lass die ihre Scheiße machen, in Anführungsstrichen, dass die sich da reinsteigern und dann willst du sie mal auf frischer Tat ertappen. Das ist meistens viel effektiver, gerade bei Mädels. Also ich glaub da, ich seh ja das Bild da, könnte ne Lappi-Hündin sein. So, Caro, wir kommen langsam zum Ende. Vielleicht schauen wir das ja noch bis 10 Uhr. Caro möchte wissen. Mein unkastrierter zweijähriger Malamut-Rüde spielt immer recht wild mit mir. Dabei knurrt er und ab und zu reitet er auf. Kann ich das Verhalten, ich kann das Verhalten unterbrechen, muss ich mir Sorgen machen, wegen der Welterschöne. Nee, nee. Also das Aufreiten im Spiel kann tausend Gründe haben. Das kann sein, dass er einfach dann zu wild wird. Das kann auch sein, dass das so eine richtig krasse Zuneigungsgeschichte ist, dass er so, ah, das Spiel mit dir ist so schön. Ich hab mich grad verliebt. Solange das unterbrechen kannst, ist doch okay. Also das ist, ist nicht, nicht wild. Wir hatten das schon mal. Es stört dich nicht, du kannst es kontrollieren, dann ist es in Ordnung. Wenn, wenn er das bei anderen macht und dann gar nicht davon ausgehen, dass es andere eher stört, dann muss ich mir eher mal Gedanken machen. Aber, nee, wenn das mehr als das nicht ist, dann ist das so. Das kann auch ein richtig sexuelles Verhalten sein, weil der total humongestört ist. Aber guck mal, der ist zwei Jahre, das ist ein Malamut, das ist ein Rüde. Ich würde denken, selbst wenn du jetzt nichts machst und du so weitermachst und immer sagst, ey, hör auf, aufreiten ist nicht. Und danach wird wieder kurz durchgehalten und dann wird wieder vielleicht weitergespielt, dann gehe ich davon aus, dass seit einem Jahr sieht die Welt ganz anders aus. Weil dann ist er wieder Erwachsener, dann ist er nicht mehr so voll in der Pubertät und so. Also, wir haben, wir haben total viele Hunde in der Ruta, die mitten im Spiel mit einer Hündin oder auch anderen Hüden dann anfangen aufzureiten. Weil dieses Aufreiten ganz oft auch so eine Übersprungshandlung aus, boah, das Spiel war so toll heraus, da hat das nicht mal einen sexuellen Hintergrund. Das ist dann einfach, manche Hunde machen auch Aufreiten im Spiel, um ein Spiel zu initiieren. Wenn sie sagen, wenn ich aufreite, findest du das doof und jagst mich vielleicht, weil ich lauf so gerne weg. Keine Ahnung. Also, wenn sonst alles andere cool ist und du das vor allem unterbinden kannst, dann hat das mit der Weltherrschaft nichts zu tun. Manuela Lauenroth, was hältst du von CBD? CBD-Tropfen für Silvester? Gar nichts. Bringt nichts. Also, ich kenne nicht einen Hund bei dem, was sie gemacht hat. Die Alina hat das auch mal gemacht mit diesen CBD-Tropfen und Ölen und hat dann gedacht, eine Zeit lang, dass es was geholfen hat. Also, kannst du ja vielleicht selber im Chat was dazu schreiben, gleich noch, aber ich kenne nicht einen Hund. Also, seid mir nicht böse, wenn ich das so sage. Das war ein Hype und das war völlig, das ist ein Placebo. Also, das ist genauso wie die ganzen Nahrungsergänzungsmittel. So langsam bröckelt die ganze Fassade von diesen ganzen Sachen. Ich glaube nicht, dass CBD und, was waren das andere, Hanftropfen und so. Wir haben am Anfang auch mit Bachblüten und so. Ich glaube, viel eher ist es, viel eher ist es so, dass durch die Behandlung damit der Mensch cooler wird und dass das viel mehr Auswirkungen auf den Hund hat als die Tropfen an sich. Also, jetzt mal ganz im Ernst, Bachblüten, ich weiß noch, als die Christine das am Anfang rausgesucht hat und da mussten wir auf ein Liter drei Tropfen reinmachen, als ob das was bringt. Was ist das? Arsen oder was? Selbst wenn das Arsen wäre, würde das nichts bringen. Also, nein, das bringt, glaube ich, nichts. Also, versuche es gerne, koste ich ja auch nur 5 Euro, aber sei nicht enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Edda möchte wissen, wie kann ich Maja, 21 Monate alte Lappi-Hündin, davon abbringen, bei der Türklinke, wie viel hat der Rantel gestochen, aufzuspringen, sich heiser zu bellen? Komm, Besuch ohne Türklinke rein, bleibt sie gechillt. An die Klinge gewöhnen. Jetzt kommt drauf an, wie du wohnst. Aber wenn sie nicht mehr macht, als das Bellen, einfach weil es klingelt und jetzt nicht den Besuch dann in die Ecke stellt, das ist das, was wir ja eben hatten, sondern einfach nur Bing-Bong, ach da ist einer reingekommen, das ist ja total toll. Dann fange ich halt einfach an und desensibilisiere dieses Geräusch. Das heißt, dieses Geräusch passiert einfach tausendmal, so oft wie es geht, ohne dass irgendwas hinterherkommt. Dann hat das irgendwann keine Bedeutung mehr. Es gibt Hunde, mit denen kann man das schon sehr gut mit dem Handy machen, dass man so ein Handygeräusch von dem Klingel hat, so Bing-Bong, die bellt, und dann bleibe ich einfach sitzen, gucke einfach Fernsehen weiter. Bing-Bong, die bellt, ich bleibe sitzen, gucke Fernsehen weiter. Bing-Bong, das mache ich 5, 6, 7, 10 Mal, bis sie auf Bing-Bong einfach nur noch guckt und dann sage ich, sehr gut, guck mal, jetzt kriegst du einen Keks dafür. Das heißt, sie hat 8, 9, 10 Mal gebellt und ich bin gar nicht drauf eingegangen und 10 Mal nicht drauf bellen, gibt es vielleicht mal einen Keks. Aber er muss halt auch cool bleiben und nicht gleich wieder Yeah! Und das mache ich 10, 20, 20, 30, 40, 100 Mal und irgendwann ist das weg. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das würde ich machen, um die Klingelgegend zu konditionieren, wenn ich das kann, wenn das Umfeld das hergibt. Wenn du jetzt in einem Wohnhaus wohnst und jedes Mal drei Minuten bellt und deine Nachbarn sagen, ja, herzlichen Glück, Dankeschön, mitten in der Nacht, dann würde ich da vielleicht anders mit umgehen. Aber wenn du, also in einer Wohnung wohnst, in einem Haus mit mehreren Wohnungen drumherum, wenn du ein alleinstehendes Haus hast und das stört ja keinen, dann kannst du halt so gut arbeiten. Unterschiedlich. Manche Hunde lernen das schnell, also manche halt eben nicht. Manche brauchen einfach deutlich länger dafür, das so zu lernen. Unterschiedlich, unterschiedlich. So. Wie gesagt, manche Hunde korrigiere ich auch beim Klingeln, wenn die bellen. Aber das kann ich jetzt nicht verallgemeinern. Zack! Ich wohne leider sehr weit weg und zwar in Wien. Wollte mal trotzdem mal fragen, ob du hier jemanden kennst, einen guten Trainer. Ja, tatsächlich. Verdammte Axt. In Wien kenne ich jemanden. Oh, Moment. Wie hieß denn der? Der war bei mir im Praktikum und ich war wirklich erstaunt. Der war wirklich gut, hatte gute Ansichten. Ich weiß nicht, wie er arbeitet, aber er hat viel mit mir, wir haben viel darüber geredet im Praktikum. Ähm. Ähm. Und den fand ich wirklich gut, weil der wirklich auch echt Georg. Georg? Georg hieß er, glaube ich. Genau, aber Georg hatte kein eigenes Handy und ich weiß nicht. Das ist nur, ich hatte mit seiner Frau übers Handy geschrieben, weil der kein WhatsApp hat. Also er hatte schon ein Handy, aber kein WhatsApp. Georg. Ähm. Schick mir eine E-Mail. Schick mir mal eine E-Mail. Äh. Ich, ich, ich such das raus. Äh. Der war in einem Vorort von Wien. Also groß ist Wien, also Wien ist schon eine Großstadt, aber Österreich ist jetzt auch nicht so groß, dass man nicht eine Viertelstunde fahren könnte, ne? Georg hieß der. Ah, Praktikum, Georg. Aber, äh, ich kann dir nicht mehr sagen, wie seine Hundeschule hieß oder wie er hieß, aber ja, kenne ich tatsächlich jemanden. Also schreib mir mal eine E-Mail, dann kann ich den Kontakt irgendwie herstellen, Markus. So, Vivian hatten wir eben schon mal, nehmen wir nochmal. Anderthalb Jahre alte Aussie ist zur Zeit, super schissig zu Hause, versteckt sich, wenn uns was runterfällt oder irgendwas in der Küche Geräusche macht. Ist das die Pubertät? Das kann durchaus die Pubertät sein. In der Pubertät kommt es zu mehreren, ähm, Entwicklungsphasen, äh, generell im Leben kommt es zu mehreren Entwicklungsphasen, unter anderem, äh, in der Pubertät auch zu solchen sensiblen Phasen. So, ähm, das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Du gehst einfach, hatten wir eben schon, dein Hund ist ängstlich, gestresst, unruhig, du bleibst so cool wie du kannst, Körperkontakt auf eine gewisse Art und Weise, cool bleiben, alltäglich damit umgehen. Wenn dir der Schlüssel mal runterfällt, der wird panisch, dann einfach vielleicht mal in die Hocke gehen, den Schlüssel aufheben, ihn vielleicht mal ranlocken und sagen, guck mal, hier ist einfach nur der Schlüssel, ist mir runtergefallen, du bleibst, geh nochmal damit um und guck, wie sich's entwickelt. Wenn's besser wird, ist alles okay. Wenn es sich über einen längeren Zeitraum manifestiert oder schlimmer wird oder es nicht besser wird, dann solltest du dir Hilfe suchen. Aber das kann einfach das Alter sein. Shannon, wir wissen, kannst du mal ein paar Worte zum Puli oder spanischen Wasserhund sagen, charaktertechnisch? Hattest du schon ein paar im Training? Nein. Beide nein. Also, nicht wissentlich. Wasserhunde hatte ich zwar ein paar, aber da weißt du ja auch nicht, ihr seid jetzt Portugieser oder Spanier und das waren, wenn's hochkommt, vielleicht fünf Stück. Und Wasserhunde sind generell nett und in Ordnung. Als Familienhunde tolle Geschichte, ähnlich wie die Pudel, ein bisschen schissig, ein bisschen zurückhaltend, aber viel mehr kann ich da nicht sagen. Aber das sind gute Hunde. Zum Puli kann ich dir gar nichts sagen. Ich glaube, ich kenne vier Stück, drei oder vier Stück, die sind mir mal so entgegengekommen mit ihren langen Zotteln. Das sind doch die mit den langen Zotteln. Jetzt muss ich mal... Nee, nicht Puli. Puli. Puli Hund. Nicht, dass das jetzt verwichselt. Das sind die mit den langen Zotteln. Ja, genau. Und da kann ich gar nichts zu sagen. Also, die sind einfach nur an uns vorbeigelaufen, haben mal geschnüffelt oder so. Die hatte ich nicht einen im Training. Das würde ich nur eher... Also, ich würde jedem von dem Puli abraten, weil das ist eine... Die waren... Die Leute haben auch immer gesagt, das ist einfach Pflege. Pflegeaufwand. Das ist... Und ich finde es gesundheitlich für die Hunde auch nicht geil. Also, diese langen Haare sind sicherlich nicht von der Natur so gedacht. Wenn du die Wahl hast zwischen Puli und Wasserhund, würde ich jedem den Wasserhund empfehlen. Egal, ob Portugiese oder Spanier. Die sind eigentlich echt nett. Das sind nette Hunde, mit denen kann man arbeiten und leben. Das ist ein schöner Familienhund. Viel mehr kann ich damit nicht sagen. So, Edda, hatten wir eben schon mal, aber machen wir nochmal. Kein Problem. Hi, kannst du, wenn du ganz fiss bist, wieder ein Video zum Thema Hund am Fahrrad machen? Ja, wenn ich einen Hund habe, der das mitmacht und ich wieder Fahrrad fahren kann, kann ich das gerne machen. Wollte ich eigentlich letztes Jahr machen, aber... Da hatte ich ja leider keinen Hund mehr, der Fahrrad fahren will und kann. Aber, ja. Und Fahrrad fahren beibringen. Kommt nochmal neu auf die To-Do-Liste als Video. Habe ich nochmal auf dem Schirm. So. Zack, wir kommen uns langsam, kommen wir dem Ende entgegen. Das finde ich richtig gut. So, Sandra Sassi. Mein Hund. Ein... SH. Großer Sennenhund. SH. Ein Sennenhund. Vier Jahre. Geht nun das zweite Mal neuerdings auf kilometerweite Jagd. Mit Maulkorb. An der Leine ist alles ruhig, lässt sich gut umleiten. Abmachen geht nicht mehr. Bitte um Tipp. Tipp. Da krieg ich nix zu sagen, ey. Ein Sennenhund. Sennenhund. Was ist denn SH? Stehe ich auf dem Schlauch? Keine Ahnung. So, er ist vier Jahre alt, geht zweimal kilometerweite Jagd mit Maulkorb. Ne. Großer Schweizer. Ja, aber das ist... SH ist doch... Wüsste jetzt nicht, was die... Was die... Ja, Schäferhund. Schäfer... Ja, gut. Schäferhund. Dann wäre aber... Ja, DSH wäre Schäferhund. Schäferhund, Sennenhund, Mix. Keine Ahnung. Aber egal. Schäferhund, X-Sennenhund könnte wohl am ehesten sein. Habt ihr recht. Ja. Ne, du kann ich tatsächlich nix zu sagen, Sandra. Weil, ähm... Das klingt jetzt blöd, aber das ist schon wieder Jagdverhalten und das ist zu wenig Input. Warum, in welchen Situationen, wie reagiert der, wenn du damit umgehst? Jagdverhalten abzutrainieren ist in den allermeisten Fällen, ich muss mein Mikrofon mal ein bisschen hochdrehen, dass ich jetzt gerade mal ein bisschen mich anders hingesetzt, äh, ist in den allermeisten Fällen, ähm, wirklich ein, 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 eine Frage von sauberer, klarer Kommunikation und einer guten Grundlage. Wenn das nicht stimmt, ist es, ist es für die allermeisten nicht möglich, das in den Griff zu kriegen. Wenn dein Hund dich nicht für voll nimmt und so. Also ist echt schwierig, ähm, kann ich so echt gar nix zu sagen. Also, an der Leine alles ruhig, lässt sich gut umleiten. Was bedeutet schon umleiten? Na, ich mag schon das Wort nicht. Also ich würde, ich arbeite nicht mit umleiten. Also der soll ruhig andere Jagdreize sehen, aber der soll sie aushalten. Und ich versuche nicht jedes Mal davon wegzukriegen und, und abzulenken und umzuleiten und so. Also, sei mir nicht böse, Sandra. Würde ich, würde ich gerne eine Antwort geben, mit, die glücklich, äh, zufriedenstellend ist. Aber das kann ich, kann ich auf die Frage leider nicht. So, wieder eine Frage von Twitch. Super, super cool. Gucke ich nochmal kurz rein. Oh, noch 20 Follower und wir sind, wir haben die 100 Follower-Mark auf Twitch. Finde ich voll geil. Da ist echt auch ein bisschen was los. Also ich sehe den Chat hier übrigens gesammelt, ne? Ich weiß nicht, was von Twitch und was von wo kommt. Ähm, ah, da sind noch ein paar Fragen, äh, gestellt worden mit, wann starten die Streams und so, aber da sage ich gleich noch was zu. Also nochmal eine Frage von Twitch. Wenn ihr wollt, für die, die es nicht mitgekriegt haben, wir streamen jetzt immer parallel auf YouTube und auf Twitch. Ähm, und, äh, wir wollen Twitch soweit kriegen, dass wir euch da auch da die Möglichkeit, äh, zur Verfügung stellen können, uns zu unterstützen, weil man da mit seinem Amazon Prime Abo, ähm, ähm, uns ein Abo dalassen kann, ohne dass es für euch was mehr kostet und wir haben ein bisschen Unterstützung davon, ne? Deshalb streamen wir jetzt parallel auch auf Twitch. Also folgt uns da gerne und schreibt auch gerne auf Twitch und guckt auch gerne auf Twitch zu. Ähm, so. Schnuffelkarottchen hat gefragt, was hat es eigentlich mit Hundepsychologen oder ähnlichem auf sich? Bekomme immer mehr mit, dass Menschen, deren Dienstleistung in Anspruch nehmen und bin mir unsicher, ob das überhaupt eine, ob die überhaupt eine Qualifizierung haben. Ich habe, ich muss so grinsen, ich habe tatsächlich ein Video gemacht, auch so mit Drehbuch und so, zu diesen ganzen Hundetrainer-Berufsbezeichnungen und hab mich da, es gibt auch den Hundewissenschaftler. Ja, ist also. Ich muss das Video echt mal machen. Das Video, ich hab das gemacht und dann habe ich mir das angeguckt und hab gedacht, nee, kannst du nicht hochladen. Eigentlich habe ich mich nur aufgeregt über diese Berufsbezeichnung. Das ist nicht böse gemeint. Es gibt sicherlich ganz, ganz viele tolle Kollegen und scheiß doch drauf, wie die sich nennen, ob die sich Psychologen nennen oder nicht. Aber ich finde diesen Trend dazu, alles zu analysieren, Psycho zu analysieren, finde ich grauenvoll. Also, nichts auf der Welt ist so kompliziert mit unseren Hunden, dass wir immer direkt in die Psyche denken müssen. Und wenn, mich fragen auch, also ich kriege auch Anfragen aus aller Welt, in Anführungsstrichen, also ganz Deutschland und so, ja, ich brauche mal einen Hundeverhaltensberater. Ich sage, ich bin kein Hundeverhaltensberater, ich bin Hundetrainer, weil ich mag dieses Wort nicht. Was ist denn ein Verhaltensberater? Soll ich Ihnen sagen, wie Sie sich verhalten sollen oder was? Also, ich finde einfach die Nomenklatur blöd, die Bezeichnung blöd, die Berufsbezeichnung blöd. Also, das liegt aber daran, weil einfach der Beruf des Hundetrainers oder wie auch immer er sich nennen will, nicht vereinheitlicht ist. Es gibt halt einfach keine einheitliche Berufsbezeichnung. Es gibt halt in jedem Handwerksberuf oder in allen Berufen gibt es eine klare Struktur, wie das heißen soll. Eine Steuerfachangestellte oder ein Steuerfachangestellter hat folgende Voraussetzungen. Und ein Steuerberater muss dann diese und diese Prüfung machen. Ein Maurerlehrling oder Maurermeister muss halt das und das machen. Das gibt es halt bei Hundetrainern so nicht und deshalb gibt es keine klare Berufsbezeichnung. Und deshalb haben sich ganz findige Ausbildungsinstitute gedacht, je geiler und fancier wir das nennen, desto besser sind die unsere Trainer. Sind sie aber meistens nicht. Denn meistens sind sie einfach schlechter. Das klingt total gemein, aber ein einjähriges Fernstudium zum Hundewissenschaftler in der Schweiz ist scheiße. Sei mir nicht böse. Das ist scheiße. Das ist, als würde ich sagen, ich habe alle Bücher gelesen, die da hinten im Regal stehen. Ja, aber habe ich noch nicht einen Hund an der Leine gehabt. Ich sage nicht, dass das inhaltlich nicht gut ist, was die da machen, vom Theoretischen, aber es ist keine gute Ausbildung. Da kann kein guter Trainer rauskommen, weil der keine Praxis hat. Ich erlebe das immer wieder, wenn die Leute zu uns ins Praktikum kommen. Wir hatten ja jetzt gerade erst wieder Praktikum mit vier Trainern und Trainerinnen in Ausbildung oder schon fertig und so. Und die haben alle gesagt, mir mangelt es an Praxis, weil die meisten Ausbildungsinstitute einfach kaum noch Praxis anbieten. Also, wie auch immer die Leute sich nennen, wenn die sich Psychologen nennen. Der Name hat nichts damit zu tun, wie gut die sind. Das ist der Kern dieses kurzen Rants am Ende. Egal, wie die sich nennen, es ist völlig egal, ob die gut sind oder nicht, macht keinen Unterschied. Ich bin Hundetrainer, ich nenne mich Hundetrainer, ich habe eine Hundeschule und ich habe angestellte Trainer, egal aus welcher Ausbildung die kommen. Und wie die sich nennen, ist mir egal. Aber ich weiß, die sind gut. Und wenn die noch nicht so gut sind, wie ich gerne hätte, dann mache ich mit denen so viel, dass sie gut werden. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass alle, die wir angestellt haben und jetzt angestellt sind oder jetzt auch zum Beispiel die Steffi, die uns demnächst verlässt, besser sind als 80% aller anderen Hundetrainer hier im Kreis. Einfach nur, weil sie die Praxis haben, die viele nicht haben. Also, ich mache auf jeden Fall das Video zum Thema Hunde. Auch Marie schreibt das auch nochmal auf die neue To-Do-Liste. Ich muss das dann nur ein bisschen diplomatisch korrekter machen, weil ich habe mich so aufgeregt. Ich habe da gegoogelt in dem Video und denke, was ist denn das jetzt schon wieder für ein neuer fancy Begriff? Da ist schon wieder eine neue Berufsbezeichnung. Das war so Hundewissenschaftler. Boah, da könnte ich aus der Haut fahren, ey. Sorry, aber geile Frage. So, Mr. Grille will wissen, wie weit darf ein Ridgeback mit 14 Monaten laufen? Ich fahre mit ihm dreimal die Woche langsam Fahrrad bis zu 15 Kilometer. Ist danach immer noch fit. Geht das in Ordnung? Ja, der Ridgeback ist ein körperlich gesünder Hund. Also, die können schon viel laufen und 15 Kilometer ist jetzt erst mal viel, aber die Zahl an sich ist nicht das Problem. Die Geschwindigkeit, der Untergrund und das Training, um da hinzukommen, ist es. Also, fängst du ja nicht mit 15 Kilometer an, aber wenn du am Anfang fünf Minuten Fahrrad fährst für ein Kilometerchen bis zur Wiese und dann tobt der da noch drei Stunden, ja, da hat der mehr als 50 Kilometer gerannt. Das könnt ihr ja mal machen, wenn ihr so einen Tracker habt, so einen Tractive oder was auch immer, wie die auch immer heißen. Ich habe ja auch mal einen getestet, von Renek hatten wir den. Häng den an deinen Hund, geh mal raus, drei Stunden spazieren, wo der frei laufen kann und dann guckst du am Ende mal, wie viele Kilometer der gerannt ist. Da wird dir schlecht. Da wird dir schlecht. 20 Kilometer ist für einen Hund nicht viel, wenn die fit und gesund sind. Also, es ist auch so ein Wolfsrudel. Die wandern gern mal 20, 25 Kilometer durch ihr Revier zum Jagen und dann rennen die noch auf der Jagd. Also, die Entfernung ist nicht das Thema. Wenn deinem Hund, es kann zu viel sein, weil der 14 Monate alt ist und noch nicht ausgewachsen ist, da würde ich tendenziell eher sagen, mach lieber ein bisschen weniger, bis der wirklich, wirklich ausgewachsen ist und so. Aber an sich, wenn jetzt einer sagt, 50 Kilometer ist viel zu viel. Nee, wenn du mit dem mit einem halben Jahr angefangen hast und hat jetzt ein Jahr trainiert, dann ist das jetzt nicht viel. Und wenn du immer auf dem weichen Boden und in einer gemütlichen Geschwindigkeit, sodass der locker traben kann, dann ist das nicht viel. Überleg mal, 14 Monate alter Hund ist so ungefähr 14, 15 Jahre alter, 12, 13, 14 Jahre alter, je nachdem, je nachdem, welche Tabellen man da nimmt, 10 bis 15 Jahre altes Kind. So, wenn die Fußball spielen, wenn die wirklich sauber trainiert sind und auf einem erfolgreichen Kinderlevel Fußball spielen, dann ist das für die auch kein Thema, dass die mal 10 Kilometer rennen. ne, also, ich hoffe, ihr versteht, worauf ihr hinaus will. Ich, ähm, grille, guck, dass es vielleicht, vielleicht könnte es ein bisschen viel sein, äh, achte auf das Wetter, auf den Untergrund und, und, im Zweifel, fahr halt fünf Kilometer weniger pro Tag, dann, ähm, oder lass deinen Hund einfach untersuchen beim Arzt, was so Knochen, Muskeln, Gelenke angeht, ähm, guck, oder schau mal beim Physio vorbei, wenn die sagen, hey, der sieht super aus, die Muskulatur ist toll, der bewegt sich gut und ich merke hier nix, dann hast du nix falsch gemacht. Weißt du, wie viele Leute mir, so, so viele Leute, ehrlich, so viele Leute, bis heute, ähm, bis heute im, kriege ich unter Videos noch, ey, du kannst mit deinem Hund in dem Alter nicht Frisbee spielen, du machst den Hund kaputt, die Gaia war bis zu ihrem Tod sowas von unglaublich gesund, also, die hatte halt diesen, diesen, Milzinfarkte, das war aber was anderes, aber die hatte, äh, klar, die hatte gehumpelt und vielleicht hatte die auch hier und da mal eine Zerrung, die wir nicht gesehen haben und, ähm, viele Dinge, aber das Problem war nicht, dass ich früh mit der Frisbee gespielt hab, sondern ich hab halt früh langsam angefangen und sauber trainiert und so, die war einfach, die war gern gesund, die war gern gesund, die ist, die ist uns begrüßen gekommen, als wir haben sie einschläfern lassen müssen, ist die uns begrüßen gekommen, in dem Status, da hat der, da hat der Notfallarzt in der Klinik gesagt, ich hab noch nie einen Hund gesehen, der mit dieser Diagnose überhaupt noch den Kopf hebt, die läuft hier rum, also, na, das, was wir an Sport mit unseren Hunden machen, wenn wir das klug machen, nicht die, nicht die Menge ist das Problem, sondern wie wir anfangen, wie wir da hinkommen und, und, äh, wie wir darauf achten, wenn du gleich mit 15 Kilometer Fahrrad anfängst, wenn der ein Jahr alt ist, machst du den natürlich kaputt, ja, okay, so, ich glaube, das ist die letzte Frage hier, ja, das ist tatsächlich die letzte Frage, die wir markiert haben, alter Falter, das ist aber, jetzt haben wir auch echt viel gemacht, ey, so, die letzte Frage, die die Marie markiert hat, ist von René, René hatten wir, glaube ich, vorhin schon mal, aber da, das ist ja egal, ähm, habe eine Frage, mein Border Collie Rüde, zwei Jahre, macht Probleme beim Anleihen, es war nie ein Thema, doch nun will er sich nicht mehr anleihen lassen, versuchen es im Körbchen, Anleihen und Ruhe, letzten Satz verstehe ich jetzt nicht im Zusammenhang, aber, geht es jetzt um Anleihen zum, zum Thema zur Ruhe kommen, oder um Anleihen zum Thema Gassi gehen, das weiß ich jetzt natürlich nicht, ähm, es gibt aber auch dafür, äh, eine, für beides eine Lösung, also, Hunde, die zum Beispiel nicht gerne das Halsband oder das Geschirr anziehen, da rate ich immer den Leuten, morgens anziehen, und bis abends bleibt es an, ne, nicht bei jedem Spaziergang an- und ausziehen, egal ob die jetzt Angst haben oder es einfach nur nervig finden, ähm, wenn die es einmal anhaben und die da jetzt nicht total panisch werden oder total halt durchdrehen, dann kann man denen das einfach anlassen, dann gewöhnen die sich schneller dran, und dann hat man auch dieses An- und Ausziehen nicht, und in den allermeisten Fällen ist dann der Effekt, dass man das nicht mehr so, man macht es halt nicht mehr so besonders, weil man ständig sagt, komm her mit dem Geschirr, ich stelle dich doch nicht so an, und die Hunde denken, was ist denn jetzt schon wieder los, ne, dadurch, dass es morgens angezogen, dann bleibt es den ganzen Tag an, dann kommt das viel seltener vor, und dann wird das irgendwann nicht mehr so präsent für die Hunde, und meistens kommen die damit gut klar, ähm, das ist eine Möglichkeit, wenn man sagt, okay, das Thema ist aber, das liegt jetzt nicht am Geschirr oder am Halsband, sondern einfach nur mit der Leine und so, dann hat der einfach keinen Bock drauf, ähm, dann, ähm, kann man so eine Hausleine nehmen, das heißt, der hat sein Halsband und Geschirr den ganzen Tag an, und dann einfach so eine kleine, kurze Leine dran, die, ich sag jetzt mal, ich nehme jetzt einfach mal hier dieses Ladekabel, ja, die dann halt einfach am Halsband hängt, und zwar in einer Länge ist, sodass der da nicht drauf trampeln kann, ja, aber dass ich halt einfach nehmen kann, okay, sagen kann, ich nehme dich jetzt an dem kurzen Leinstück, dann gehen wir zur Tür, und da leine ich dich dann um, und fertig, da braucht kein Öl, so nix dran sein, einfach nur, dass man, dass man halt gleich nehmen kann, und gleich gehen kann, einfach diesen, diesen, äh, diese Zinnober, das, wir machen jetzt die Leine an dich dran, dass man das einfach so ein bisschen, äh, entzaubert, und, und, und weniger besonders macht, und dann ist es meistens auch, ähm, meistens noch besser, aber wenn das jetzt mit dem Anleinen, zur Ruhe kommen zu tun hat, kann das sein, dass das nicht hilft, und dass der einfach keinen Bock hat, dazu anzuleinen, also, da bin ich jetzt ein bisschen, ein bisschen unsicher, was genau du meinst, René, aber, versuch es mal, Geschirr oder Halsband anlassen, und, im Zweifel eine kurze Hausleine, und dann, wenn man rausgehen will, dann mit der Hausleine rausführen, da vor der Tür umleinen, und los geht's. Ja, herzlichen Dank für die guten Tipps. Aber René, um was geht's denn, um das zur Ruhe kommen, oder um das rausgehen? Das kannst du vielleicht nochmal schreiben. Tschüss, Maike, danke fürs dabei gewesen sein. Ein Grille hat sich auch bedankt, für die Beantwortung, sehr gerne. Weil gerade die Frage noch kam, das nehme ich mal ganz kurz rein, weil das ist, nicht jeder von euch ist die nächste Tage nochmal da, ne? Amon fragt gerade, hat noch jemand einen Tipp für Silvester? Es ist jetzt natürlich ultra kurzfristig, weil es ist jetzt in anderthalb Wochen soweit, aber wir haben mal ein Video dazu gemacht, wie man Silvester so ein bisschen abschwächen kann, was man tun kann, dass es für die Hunde nicht so doll ist, wenn es soweit ist, und was man vorher auch vorbereitend machen kann. Damit könnt ihr auch jetzt anfangen. Ihr könnt jetzt noch eine Woche Gas geben, das kann helfen. Also schaut mal in unseren Kanal, gebt ihr einfach Silvester ein, guckt euch das Video an, es ist ein uraltes Video, es ist eins meiner ersten Videos, ich sehe grauenvoll aus, Qualität ist nicht so gut, aber das, was drin ist vom Inhalt, ist das Wichtige. Es geht ums Gassigeben bei René. Ja, René, dann, das mit dem Anleihen, dann Halsbandgeschirr morgens anziehen, abends erst wieder ausziehen, hat den ganzen Tag das Ding einfach an, weil dann passieren so viele positive Sachen und meistens hilft das schon. Halt mich mal auf dem Laufenden. Okay, dann, Eierlikör geht auch, aber die Frage kommt, glaube ich, auch morgen im Stream, wir haben für morgen auch Fragen zum Thema Silvester gesammelt, Eierlikör kann man machen, aber das kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn du zu viel gibst. Hunde kommen mit Alkohol nicht so gut klar wie Menschen, also körperlich, der Körper kommt damit nicht so gut klar, also da würde ich vorsichtig sein, aber ja, wenn ich einen Hund habe, der wirklich, wirklich richtig, richtig krass Panik hat, dann ist es besser, der ist einen Abend besoffen, kriegt das nicht so gut mit, als dass der, dass der richtig Panik hat. Allemal besser als einige der Medikamente, die man geben kann, weil die sind noch schlimmer. So, so Leute, oh, wir sind bei Twitch auf 88 von 100 Followern, fast an einem Abend geschafft, voll geil, finde ich gut ey. Danke nochmal für alle, die dabei waren. Also, ich weiß, ich habe auch gesehen, es sind noch Fragen reingekommen, wir müssten irgendwann Schluss machen. Es ist jetzt schon wieder drei Stunden Stream, obwohl es nur zwei werden sollten. Ich mache das super, super gerne und ich freue mich natürlich über jeden von euch, der uns dann einen Sticker schickt oder einen super Chat mit einem Euro oder fünf oder zehn oder was auch immer ihr bereit seid zu geben. für jeden von euch. Danke, danke, danke. Da hat echt einer ein Clip gemacht auf Twitch von Abonnieren oder Backpfeife. Wie geil ist das denn? Den muss ich gleich mal posten. Sorry. Wobei, egal ob ihr abonniert oder einen Euro spendet oder unsere Videos teilt, das hilft uns und ich mache das super gerne. Ich kann nur im Moment mit den Kindern nicht so oft, wie ich gerne würde. Ich versuche jetzt aber das alles wieder ein bisschen besser. Es ist einfach, je älter man wird, desto mehr Stress hat man. Danke, dass ihr dabei wart. Nochmal für alle. Ihr seht es auch unten eingeblendet hier. Bis 31.12. Rückrufkurs. Wer noch hadert, wer einen Welpen haben will oder so demnächst einkriegt, ich kann euch nur empfehlen, ich bin fest davon überzeugt, dass es ein sehr, sehr, sehr guter Kurs ist und das ist die größte Rabattaktion, die wir jeweils gemacht haben. Vor einem Monat lang gibt es den Rabatt. Sobald es geböllert ist, gibt es den erstmal nicht mehr den Rabatt. Das ist nicht der höchste Rabatt vom Einzelwert, aber die längste Rabattaktion. Und greift zu. Ich weiß, dass es ganz vielen Leuten geholfen hat. Ich weiß auch, dass es vielen Leuten geholfen hat, die hier im Stream sind. Das muss ich auch sagen. Und das Zweite ist, nochmal für alle, wir streamen die nächsten drei Tage, weil die Frage eben kam, auch um 19 Uhr. Ich glaube, einen Stream habe ich falsch eingetragen, das müssen wir jetzt gleich noch ändern. Morgen, übermorgen und am Freitag, Freitag, Samstag, am 23. um jeweils 19 Uhr streamen wir. Morgen haben wir so eine Themensammlung gemacht. Da geht es um den Winter, Silvester und Weihnachtszeit. Freitag ist wieder eine offene Stream-Geschichte, könnt ihr fragen, was ihr wollt. Und am 23. machen wir so eine Art Community-Stream. Also da seht ihr auch mal so ein bisschen, was in der Community bei uns passiert. Ich beantworte natürlich da auch Hundefragen und so. Da beantworte, da packe ich aber vor allem auch mein Wichtelgeschenk aus, weil die Community wichtelt immer einmal im Jahr. Einer unserer Moderatoren organisiert das. Das ist eine ganz schöne Geschichte und dann checken wir uns so viele Sachen und so und tauschen uns viele im Discord aus. Da freue ich mich sehr drauf. Ich werde auch ein bisschen Grühwein trinken mit Alkohol und werde wahrscheinlich sehr gut schlafen danach. Ja. Es hat mir riesen Spaß gemacht und wie gesagt, für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben, wir streamen jetzt parallel auf Twitch, weil wir euch da, wenn wir da freigescheitert sind, noch eine Möglichkeit geben können, wie ihr uns unterstützen könnt, ohne dass es euch irgendwie was kostet. Ja. Also, das soll es für heute gewesen sein. Vielen, vielen Dank für alle Besserungswünsche. Vielen Dank auch nochmal für Maya. Maya jetzt noch mit dem letzten Sticker für 5 Euro. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich, ja. Ich bin jetzt erstmal durch. Ich muss jetzt, ich muss jetzt erstmal mit Milan kurz vor die Tür humpeln und dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Hat mir riesen Spaß gemacht. War echt cool. Coole Fragen waren auch noch dabei. Danke für die tollen Infos. Ja, gerne. Danke, Dirk. War super schön. Danke, danke. Gute Nacht. Danke, danke. Gute Nacht. Ja. Sag ich auch mal so. Gut. Cool. Dann, ich drücke einfach mal auf Beenden. Man soll Pflaster immer ganz schnell, ganz schnell abziehen. Dann ist es am einfachsten. So, wie geht das jetzt hier? Da, tschüss. Tschüss. Vielen Dank.